Musik 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 Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, willkommen beim LeBrunge in Episode 3471. Ich habe erfolgreich zum ersten Mal das Intro vernießt. Ah, hier am 15. September 2024 ist die volle Crew am Start. Hallo Anne, hallo Manu, hallo Micha, ich bin der Micha. Ich meine, da hat er den Namen hingekriegt. Ja, immerhin weißt du, wer wir sind, das ist doch schon mal gut. Und ich habe nicht überall ein B reingemacht von Brunch. Ich habe nämlich Brunch, das B, habe ich so fokussiert mit meiner Iris, mit meinen beiden Irissen, dass ich nicht mehr willkommen sagen konnte. Banu, Banu und Bihi. Banu und Bihi sind bekannt beim Brunch. Heute haben wir wieder wunderbare Spiele, Spielebeschreibungen und News für euch vorbereitet. In der letzten Woche gab es Visions of Mana mit Esther von Game 2. Yes. Esther und ich haben über Visions of Mana gesprochen, was ja zu einem für uns in Deutschland etwas ungünstigen Zeitpunkt direkt nach der Gamescom kam. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert jetzt, das erstmal zu spielen und auch jemanden zu finden, der das auch gespielt hat. Aber wir haben es hinbekommen und wir haben, wie ich finde, sehr gemischte Gefühle gehabt mit diesem Spiel. Und wenn ihr genaueres dazu wissen wollt, dann hört euch diesen wunderschönen Cast an. Ich habe eine kurze Frage, Anne. Seid ihr eigentlich genervt von den Cutscenes? Äh, ich, also, merkt man das? Ich weiß es nicht genau. Ich habe auch noch eine Frage. Ist das jetzt ein Remake vom zweiten Teil, das dritte oder ist es ein offizieller fünfter Teil? Es ist eine offizielle Fortsetzung der Hauptreihe. Okay. Kriegen wir die Hauptreihe noch zusammen? Mit ganz viel Fachwissen? Mystic Quest, Secrets of Mana, Trial of Mana, Secret of Evermore gehört auch dazu, oder? Nee. Nee? Doch. Nee. Doch, ist das nicht eigentlich der dritte Teil? Dann kommt noch einer, der heißt, oh, wie hieß der? Legends oder irgendwas? Irgendwas mit L. Und jetzt Visions. Das sind die Hauptspiele. Es gibt ja noch ganz viele Unterkategorien quasi. Und es gibt ganz viele Spiele mit einem Mana-Baum. Aber bevor wir die jetzt alle aufzählen, reden wir lieber auch über Star Wars Outlaws. Das haben Manu und ich gemacht und haben uns gesuhlt in der Atmosphäre von Star Wars. Aber sind dann auch ganz schnell wieder rausgesprungen aus dem Boot, weil ganz viel Frust auch dabei war. Viel verschenktes Potenzial. Alles erfahrt ihr in dem Einzelcast zu Star Wars Outlaws. Und dann hat man noch einen dritten Cast veröffentlicht, nämlich Tsukunitsugami. Mensch, mit Micha, Robin und Björn. Das klingt auch gut. Tsukunitsugami. Ja, völlig richtig. Eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, kann ich schon mal sagen. Cool. Und habe ich sehr, sehr gerne besprochen mit dem Robin und dem Björn. Und die, ich muss dazu sagen, das haben wir schon ein bisschen länger aufgenommen. Wir hatten jetzt nur mal das Gefühl, dass wir den jetzt noch schnell raushauen müssen. Also falls wir da referenzieren, dass die Gamescom eventuell kommt. Oder wir da vielleicht auch euch auf einem Treffen sehen. Für nächstes Jahr. Da bin ich mir jetzt nämlich gar nicht mehr so sicher, ob das da noch irgendwo in der Abmoderation oder so drin ist. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass wir die Folge schon ein bisschen länger hier im Kasten hatten. Sehr schön. Stark. Das Spiel ist auch im Sommer rausgekommen, mitten im Sommer. Großartiges Tau-Defense eigentlich. Ein Genre, mit dem ich eigentlich so firm bin. Aber eines der coolsten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und eine richtige Überraschung auch für Leute, die das Portfolio von Capcom da jetzt eigentlich so die typischen Sachen erwarten. Hätte ich nicht erwartet, dass es so ein Spiel wird. Großes Ding. Solltet ihr euch unbedingt anhören. Super interessiertes Spiel, auch wenn euch das Genre nicht interessiert. Geiler Artstyle auf jeden Fall auch. Und sehr viel zu entdecken. Ein sehr eigenständiges Spiel. Wenn ihr alles über diese wahren Videospiel-relevanten Perlen erfahren wollt, dann müsst ihr uns unterstützen. Auf Steady oder auf Patreon. Steadyhq.com slash inside moin oder patreon.com slash inside moin. Dort ein Obolus da lassen. Wir danken ganz herzlich. Das ermöglicht uns, diese vielen variantenreichen Podcasts aufzuzeichnen und euch darzubieten. Genau. Und es gibt eine kleine Neuerung bei Patreon. Hatten wir gestern beim Einstellen des Casts ist mir das aufgeploppt. Es gibt jetzt tatsächlich die Möglichkeit, was wir uns schon seit Jahren gewünscht haben in der Patreon-Community, dass man Einzelfolgen kaufen kann. Tatsächlich. Was kostet eine Folge Star Wars Outlaws? Ja, das habe ich jetzt mal geguckt. Also der Minimalpreis, den man einstellen kann wegen Gebühren und so Kram sind drei Euro. Also das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt so ein großer Sprung. Also ihr könnt natürlich jetzt auch die Star Wars Outlaws-Folge oder Visions of Mana-Folge quasi für drei Euro kaufen oder dann halt für fünf gleich den ganzen Monat. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird. Ich habe es jetzt einfach mal zum Testzweck eingebunden. Ich habe halt gedacht, wenn man das jetzt für einen Euro oder 1,50 oder so anbieten kann, wäre es natürlich ein bisschen reizvoller. Aber man kann das jetzt trotzdem mal probieren. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt dauerhaft so einführen, weil es ist dann kein Automatismus. Man muss das wirklich bei jeder Folge extra dann einstellen, dass man diese Folge kaufen kann, diesen Post. Und das Blöde ist, wenn man eine Folge plant, was wir ja normalerweise machen, wir nehmen auf, produzieren, stellen die dann rein und dann steht halt dran, wird am Freitag released oder so. Also da kann man dann den Preis komischerweise nicht einstellen. Das ist ganz seltsam. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Bug ist oder so, aber man kann immer nur nachträglich, nachdem eine Folge erschienen ist, dann den Preis festlegen. Sehr seltsam. Aber ist, glaube ich, noch ein bisschen Beta bei Patreon. Aber könnt ihr uns gerne mal Feedback geben, wenn es für euch interessant ist, ob wir das dann bei den Einzelfolgen dann auch machen sollen oder ob ihr sagt, nee, Quatsch, dann abonniere ich lieber gleich ganz. Ja, könnte auf jeden Fall eine schöne Kaufhilfe sein für die, die jetzt zum Beispiel sich fragen, Ja, gebe ich jetzt 69, 79 Euro Kosten Videospiele inzwischen, ausgebe dann doch lieber noch vorher die drei Euro bei Inside Moin, um auch sicher zu sein, dass man das Geld nicht ausgibt. Oder halt ausgibt. Oder eben auch nicht. Oder eben auch doch. Das wird auch die Frage sein bei, oh, da ist Hellblade nach oben gerutscht. Das musste man sich ja gar nicht kaufen. Wir switchen zu den Games und ja, wir lassen Micha zu Wort kommen. Der hat nämlich Hellblade 2 nachgeholt, das ja schon im Game Pass erschienen ist. Ich glaube im März, aber ich bin mir auch unsicher. Mai war es. Mai, ist doch auch der andere Monat mit dem M. Ja, genau der. Movember. Movember, kommt auch bald wieder. Ist so lange her, das ist krass. Krass, ja. Also für Videospielverhältnisse ist irgendwie Monat schon eine halbe Ewigkeit, das ist echt krass. Ich konnte mich, ich habe auch kurz überlegt, ist das dieses Jahr rausgekommen? Und musste dann tatsächlich nochmal nachgucken. War mir da jetzt gar nicht sicher. Aber ja, Hellblade 2, ich habe mir das jetzt, jetzt wird es ja langsam dunkler, ne? Ja, jetzt kommt der Herbst. Jetzt muss die Heizung bald wieder angestellt werden, hat mir meine Frau gesagt. Ich habe den Finger oben an die Schläfe gehalten. Ach, Xbox reicht völlig. Man kann die aber erst anziehen. Ne, ne, Xbox reicht völlig. Die ist warm genug. Also da kannst du einfach im Wohnzimmer die Xbox anmachen, da brauchst du keine Heizung. Und perfekt auch bei so einem Spiel wie Hellblade, das die Grafikkarte zum Glühen bringt, also zu irgendwelchen Glüheinheiten. Das ist nämlich, wahrscheinlich wissen es jetzt alle, dass es auch so ziemlich das Grafikreferenzding war, das Microsoft da ganz gerne rausholen wollte. Die wollten halt ganz gerne zeigen, ja, wir haben auch so Spiele, die wahnsinnig gut aussehen und sowas. Hier, bitte kauft unsere Xbox. Ich mochte aber, ich wollte aber Hellblade 2 spielen, erstens, weil das eins der ungewöhnlicheren Horrorspiele war, die vor einigen Jahren rausgekommen sind, der erste Teil. Und weil ich damals die Idee mit den binaural aufgenommenen Stimmen total spannend fand. Also, falls ihr euch erinnert, für die, die es jetzt nicht wissen, Senua, die Protagonistin, hat Schizophrenie und sie hört Stimmen. Und die sind so aufgenommen, dass, wenn man Kopfhörer aufhat, die tatsächlich von links oder von rechts irgendwie kommen, also wirklich intensiv, die sitzen wirklich in deinem Kopf. Also, das sind nicht Stimmen, die irgendwie in der Spielwelt verankert sind, sondern die sind halt wirklich im Schädel von Senua drin. Und es spielt sich dann so ab, dass du dann das Spiel spielst, für Person View und so weiter. Und das ist alles, du läufst da irgendwie durch die Gegend. Da hast du die ganze Zeit von links und rechts verschiedene Persönlichkeiten, die mit dir reden. Von links kommt zum Beispiel ständig eine, die sagt, wie schlecht alles ist. Also, egal, was Senua macht, sie steigt irgendwo hoch oder sie nimmt irgendwas in die Hand. Und diese Stimme ist immer da und sagt, Senua, das wird nicht kappen, das wird nicht funktionieren. Das ist ein Riesenfehler, Senua, mach das nicht. Und von der anderen Seite, von rechts meistens, kommt dann eine andere Stimme. Die lobt sie dann auch mal. Die sagt dann auch so Sachen wie, Senua, ist das gut gemacht? Wow, das ist dir gelungen. Oh, die Person da vorne, mit der du redest, die vertraut dir. Und das ist ein total krasses Ding. Das ist im ersten Spiel schon sehr, sehr cool. Und im zweiten Spiel ist es halt auch ähnlich intensiv. Man sitzt dann da und ist total reingesogen in diese Gedankenwelt von der Frau. Die hat zudem auch diese bestimmte Störung, die manche Leute mit Schizophrenie haben, dass sie Symbole in der Umgebung finden muss. Also die sehen dann so, also wer den Film Fletchers Visionen schon mal gesehen hat, der hat das schon mal in Hallward-Form gesehen. In der Realität gibt es das aber halt auch, dass es Menschen gibt, die halt überall Zeichen sehen. Also die überall das Gefühl haben so, okay, das war jetzt für mich oder das Universum sendet mir eine Botschaft. Und die Sehnen sind so ein bisschen zwanghaft dazu, verführt halt die ganze Zeit überall eine Verbindung zu sehen, irgendwas aufzubauen. Und das ist hier eine Spielmechanik tatsächlich, dass du halt in eine Umgebung kommst und dann solche Symbole finden musst. Das sind dann zum Beispiel bestimmte Formationen in der Landschaft, die dann aussehen wie ein Symbol, das Senua dann irgendwie sucht. Und das ist ziemlich interessant in die Spielmechanik eingewoben. Also Setting ist quasi direkte Fortsetzung von dem Ersten. Das spielt, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das spielt, aber das ist so ganz lange her, Wikinger-nordische Mythologie-Zeit. Spielt das denn auf der Erde eigentlich? Ja, auf Island. Der zweite spielt auf Island direkt, ja. Wie kommst du denn auf Nicht-Erde? Ich habe die ja immer noch nicht im Detail gespielt. Achso. Teil 1, weder Teil 2. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das ist, aber auf jeden Fall… Sowas wie 800 oder sowas. Ja, es muss 800, 900, 800, so einen Dreh. Ich glaube auch vor 1000 auf jeden Fall. So genau kenne ich mich da historisch nicht aus, aber es spielt auf Island. Und das ist technisch wirklich beeindruckend, wie Island umgesetzt ist. Das ist meines Wissens alles mit Fotogrammetrie eingescannt. Ja, die haben jeden einzelnen Stein in Island einzeln gescannt. Also so sieht es aus und so haben sie es auch gemacht. Das ist echt krass. Das ist Hammer. Also es hat mich sehr an einen Film erinnert von Nikolas Riefen, der Typ, der Drive gemacht hat. Der hat mal so einen Film gemacht mit dem Typ, der auch in Death Stranding mitspielt. Ich habe seinen Namen vergessen. Mads Mikkelsen? Mads Mikkelsen, natürlich. Ende des 8. Jahrhunderts übrigens spielt das Spiel. Ah, okay. Der hat Vahala Rising gemacht. Und Vahala Rising, ich weiß gar nicht, ob der auch in Island spielt, aber irgendwie auch in so einem öden Land mit ganz viel Nebel und Zeug. Und Senua Hellblade 2 hat genau so eine Atmosphäre. Also das sind so richtig weite Landschaften und man fühlt sich richtig allein. Man hat richtig das Gefühl, da ist kaum Leben und da ist so gut wie gar nichts da. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, damit man noch sehr viel stärker im Kopf von Senua gefangen bleibt. Da ist halt irgendwie, klar gibt es da auch Dörfer, aber die sind meistens völlig zerrüttet und kaputt und niedergeschlachtet worden. Und man kommt da quasi in sehr, sehr tote Gegenden rein und man hat wirklich sehr schnell das Gefühl, okay, du bist hier echt stark auf dich alleine gestellt. Und das Gefühl bringen sie extrem rüber. Also ich will gar nicht so viel über die Story spoilern, weil das, ehrlich gesagt, ist halt ein storyintensives Spiel. Das Spiel spielt sich eigentlich eher wie ein interaktiver Film, muss man sagen. Es ist gar nicht so weit weg von Supermassive-Sachen oder so. Was ich jetzt nicht persönlich so schlimm finde, aber es fühlt sich sogar noch ein bisschen eingeschränkt als der erste Teil an. Also was okay ist, wenn man sich darauf einstellt, aber dafür ist die Inszenierung wirklich gut. Und ich muss sagen, ein paar Szenen sind mir knallhart unter die Haut gegangen. Es gibt so eine, also das kann ich spoilerfrei sagen, es gibt so eine Einführungsszene zum Beispiel, da erleidest du Schiffbruch am Strand oder an der Küste von Island. Und Senua ist auf dem Boot als Gefangene. Und als sie dann da ankommt, hat sie zwei Probleme, nämlich erstens überhaupt erstmal in das Land reinzukommen und das Unwetter zu überleben. Und zweitens vor den Leuten, die sie als Sklavin verkaufen wollen, zu flüchten. Und die töten quasi jenen, der da über den Weg läuft. Und alles ist super neblig und extrem stürmisch. Und das ist so eine Situation, die sehr bedrückend ist, weil du nicht besonders weit sehen kannst. Du siehst irgendwie zehn Meter weit oder so. Und du weißt nicht genau, ob da jetzt aus diesem Dickicht an Nebel, aus diesem Sturm jetzt irgendwie gleich ein Feind rausgesprungen kommt. Und gleichzeitig muss Senua sich so durch sehr, sehr enge Bereiche durchquetschen. Also es gibt da eine Stelle, wo sie glaubt, dass in einem ungekippten Boot Überlebende drin sind. Und dann kriecht sie da rein. Und dann waren das aber nur ihre Stimmen in ihrem Kopf. Dann sieht sie da drin nur Leichen. Und sie muss aber aus diesem Boot ganz schnell wieder raus, weil das Meer, das Boot langsam wieder zurückzieht und sie dann so immer wieder so Stück für Stück unter Wasser gerät. Und das ist so, die Kamera geht dann so ganz dicht dran und du kriechst da irgendwie so ganz intensiv durch. Und die Stimmen links und rechts, sie schreien die ganze Zeit. Die sagen so, du musst hier raus, du ertrinkst gleich und so. Und ich so, Alter, ich hatte so Gänsehaut. Und das kommt oft in diesem Spiel vor. Ich hatte so, es geht fünf Stunden und ich hatte in diesen vier von fünf Stunden hatte ich oft so einen Gänsehaut-Moment. Also es weckte sich ab zwischen totaler Schönheit und absoluter Grausamkeit. Naja, und ich find's super, nur das Ende ist doof. Ja, leider. Oh nein, wirklich? Ja. Das ist eigentlich, eigentlich ist es ein gutes Ende. Das Problem ist nur, das schreit so nah, dritter Teil. Oh nein. Das Problem ist, am ersten Teil dachte man eigentlich, okay, das ist perfekt erzählt, es ist ein perfektes Ende. Man braucht keinen zweiten Teil. Dann war der zweite Teil da und man denkt sich, okay, ich freu mich ja schon, Senua wiederzusehen. Und sie machen ja auch was anderes. Also Senua Saga's Hellblade 2 fühlt sich schon sehr anders an als der erste Teil, aber eben lang nicht mehr so tight. So ein bisschen wie bei Batman Arkham Asylum, wo man dachte, ja, diese Stimmung ist nicht mehr da, dafür hat man jetzt halt irgendwie eine offene Stadt und so. Ah, du meinst Arkham City. Genau, ja, im Vergleich zu Arkham Asylum eben, wo die Stimmung halt sehr viel tighter und enger war. Und Hellblade 2 schafft es aber halt nicht, diesen Sprung zu sagen, es rechtfertigt auch, dass du jetzt lauter Gefährten dabei hast und so. Das wird halt dadurch ein bisschen weniger auf Senua konzentriert. Und deswegen finde ich es insgesamt schon ein schwächeres Spiel als den ersten, aber grafisch unbedingt sehenswert und beeindruckend. Sag mal, ich habe das ja jetzt, ich habe beide noch nicht so richtig spielen wollen, weil genau das das Problem ist. Wenn ich einen Film gucken will, gucke ich halt einen Film. Ich bin ja allgemein, wahrscheinlich habe ich irgendwie Probleme, wenn halt nicht eine spielerische Herausforderung dabei ist. Könntet ihr mich überzeugen mit irgendetwas? Was macht man denn was, wo mein Skill benötigt wird, wo ich was machen kann, was vielleicht auch nicht jeder schon gemacht hat? Oder ist es wirklich eigentlich ein interaktiver Film, ein Walking Simulator mit hier und dann? Der zweite Extrem, ja. Der erste hat, ich finde, der erste hat krasse Bosskämpfe, die sehr intensiv sind. Und ich finde beim ersten, wenn du Horrorfilm-Fan zum Beispiel bist oder leicht irgendwie dich gruseln lässt oder leicht irgendwie in, ich sag mal, so eine unangenehme Stimmung verspürst, dann ist der erste auch auf jeden Fall ein Muss, weil das, ey, das macht dich alles so fertig, was du da siehst. Und das ist irgendwas, das schaffen Filme, aber Videospiele scheitern sehr oft an Emotionalität, weil eben der Gameplay-Aspekt natürlich hervorsticht auch, ne? Und weil du halt viel, weißt du, und das ist so, ich finde, der erste Teil hat die perfekte Mischung aus genug Gameplay, dass es noch ein Videospiel ist, aber diese Intensivität eines Films, und das finde ich krass. Ich weiß nicht, wie es beim zweiten ist, wie gesagt, meine Grafikkarte hat das nicht mitgemacht. Ey, ganz ehrlich, ich hab angefangen und das Spiel, ich hab alles auf höchste Einstellung und das Spiel war nicht spielbar. Es hat einfach in 13 Frames oder so ist es gelaufen dann. Es hat nur geruckelt. Deswegen, also ich brauch erstmal eine neue Grafikkarte, um das überhaupt spielen zu können. Hast du das auf niedrigsten auch ausprobiert? Oder meinst du ja auf niedrigsten? Ja, ja, auf alles. Ich hab auf alles. Ich hab natürlich gedacht so ... Du meinst das niedrigste, du hast grad höchste gesagt. Ja, ich weiß, aber ich hab tatsächlich am Anfang auch ausprobiert, was passiert, wenn. So, und beides hat überhaupt nicht funktioniert. Also von daher, das kann noch passieren. Also ich stimme da Anne zu. Also ich finde den zweiten tatsächlich nicht auch so ein kleines bisschen schwächer. Ich finde ihn aber trotzdem immer noch sehr gut. Und ich würde es aber eigentlich auch eher so mit so Spielen wie Plague Tale oder so vergleichen. Ein Spiel, der ist ja auch sehr liebe. Aber das ist halt auch extrem geführt. Also es ist ja quasi, du läufst ja quasi in einer Schnur entlang. Also das ist eine emotionale Reise. Das ist, also die Interaktivität, die ist schon ein Vorteil gegenüber dem Film, weil du halt hier nicht passiv bist, sondern weil du schon das Gefühl hast, du steckst da wirklich in der Haut von 10 Euro drin. Und so ähnlich wie bei Plague Tale halt auch. Also man hat wirklich das Gefühl, dass man die Verantwortung für Hugo hat. Und ich spiel den tatsächlich den ersten gerade nochmal, weil ich den in dieser Upgrade-In-Lection-Version noch nicht gespielt habe. Und ich finde, das ist so ein bisschen wie bei Unchartedheit auch. Im Prinzip, das über Uncharted hat ja auch relativ wenig Player Agency, aber das ist nicht so schlimm, weil dieses ganze Erlebnis so zieht. Und Hayblade ist schon sehr konzentriert. Also gerade der zweite ist sehr, sehr konzentriert darauf. Ich finde das eine spannende Diskussion, weil es ist schon nicht so, dass mich Narrative-Games irgendwie anöden würden. Weil ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von Firewatch. Also das fand ich nahezu perfekt. Und es gibt auch lineare 2D-Erfahrungen. Aber ich will halt wenigstens was zu knobeln und zu tun haben, weil ich wissen will, warum ich gerade ein Videospiel spiele und eben nicht gerade einfach nur da sitze und einen Analogstick bewege, damit es vorwärts geht. Da kann ich auch mich vor einen VHS-Rekorder stellen und vorspulen und zurückspulen. Ja, ich meine, dafür sind die kleinen Puzzles da. Also das, was Micha angesprochen hat mit diesen Symbolen, dass man halt sich so positionieren muss, dass man diese Symbolik dann sieht. Das sind so kleinere Puzzles. Aber Firewatch hatte ja da eigentlich fast gar nichts. Ja, und Kämpfe sind halt schon ... Also die Kämpfe sehen ... Ich habe zuerst gedacht, die Kämpfe sind ein bisschen sehr stark geführt. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert. Und man muss schon sagen, das ist ein ganz guter Kompromiss aus cinematischer Inszenierung und Kampfsystemen da gelungen. Beim zweiten auch. Beim ersten eigentlich auch. Das ist schon ... Und die Kämpfe, finde ich, hatten so auch von ihrer Gewalt auch sehr stark was von The Last of Us 2. Das ich aber sehr passend für Hellblade 2 finde. Also Hellblade ist knallhart. Also da sind Szenen drin, da habe ich wirklich ... Das ist ein richtiger Punch in die Magengrube. An einigen Stellen. Also gerade so die ersten zwei, drei Kapitel, da siehst du Szenen, wo du denkst, Alter, wo bin ich hier gelandet? Und das wirklich The Last of Us 2 Level so. Aber es passt sehr gut in dieses ganze Szenario rein. Ich fand nicht, dass es irgendwie so ausgeschlachtet wurde zur Sensation, sondern dass es wirklich sehr gut zu diesem Spiel gepasst hat. Und das hat ... Also ich würde schon empfehlen. Also mir hat das echt insgesamt gut gefallen. Aber ich sehe das Ganze auch eher als Horror-Erfahrung. Also ich ... Mich braucht keine Mechaniken unbedingt so, die kompliziert sind. Ich habe auch mit einfachen Spielen, in Anführungsstrichen, Spaß. Wenn du jetzt eher sowas suchst wie, ich weiß nicht, die Evil The Vin oder so die Capcom-Sachen, wo du auch geile Moves machen kannst, wenn du eine Kassenkommunation drückst, dann ist das wahrscheinlich eher weniger dein Ding. Weil es ist schon sehr oft ... Also Spielmechaniken wie Resident Evil machen mich an. Aber müssen wir auch nicht bis zum Ende durchexerzieren. Ich werde den ersten Teil dann wohl mal irgendwann doch noch nachholen, einfach um die Erfahrung gemacht zu haben, weil ja schon sehr viele davon schwer haben, dass es was sehr Eigenständiges ist. Sollte ich das mal erlebt haben. Kommen wir zu was ganz, ganz anderem. Nämlich Caravan Sandwich. Das soll in der Provence spielen, aber ich sehe ganz schön viel Sand. Das erinnert mich fast eher an Sandland, was ich ja auch gespielt habe dieses Jahr. Erklärt mir mal, warum die Provence so wüstig aussieht in Caravan Sandwich. Weil man in der Zukunft ist. Also es ist eigentlich eine Postapokalypse, mehr oder weniger, in der wir uns da bewegen. Man spielt so eine junge Frau, die auf so einer Raumstation lebt, die zurück auf ihren Heimatplaneten geht, weil sie ein Notsignal ihrer verlorenen Schwester, die seit Jahren als tot gilt. Und dann gibt es irgendwie ein Notsignal. Und dann beschließt man eben doch mal wieder in die Heimat zu gehen und dort nach ihr zu suchen. Das ist so die Prämisse. Und fängt ja schon an mit Raumstation. Also man ist quasi der Outlander, der dann da zurückkommt in die Heimat. Und da ist ja auch nicht mehr so viel. Also das ist ja schon alles sehr verwüstet. Da gibt es so ein kleines Dorf. Es gibt so ein paar Nomaden, die auf diesem Planeten leben. Aber die haben ja auch nicht mehr viel. Also die müssen irgendwie auch ums Überleben kämpfen. Das ist schon so eine postapokalyptische Stimmung. Was ich ganz spannend finde, ich habe das jetzt auch erst mal nur irgendwie vier Stunden da so gespielt. Da kommt auch noch ein ausführlicher Cast von uns zu, weil ich das, glaube ich, schon lohnenswert finde, weil in diesem Spiel sehr viel drinsteckt. So toll. Und das, was du beschrieben hast, dieses Zurückgelassene, dass da schon ein Öde herrscht und quasi die Leute alleine gelassen wurden, das hat mich sehr an Alien, die Alien-Franchise erinnert. Weil da ist wohl mal eine große Kooperation gewesen in diesem System und auf diesem Planeten. Und die haben halt einfach alles zurückgelassen, weil es nichts mehr zu holen gab. Das ist ja, bei Alien gibt es ja diese Whalen-Korb, die dafür alles verantwortlich ist und auch die Leute überall hinschickt, um Planeten abzuernten und so weiter. Und das, wie gesagt, also ich will noch nicht zu viel erzählen, aber da sind sehr, sehr viele spannende Themen drin. Es macht total viel Spaß, diesen Planeten zu erkunden. Genau, und das machen wir ja mit diesem Caravan, um das jetzt nicht mal aufzugreifen. Also man kriegt so ein Caravan geschenkt, den habt ihr in den Trailern vielleicht auch gesehen. Und damit fährt man rum und den upgradet man dann nach und nach. Also man hat dann irgendwann so eine Harpune drauf, mit dem man dann irgendwie schwere Türen aufreißen kann. Man kriegt einen Scanner. Man muss so Störsignale machen und so. Das ist schon ... Im Trailer kann man sogar sehen, dass man später fliegen kann mit dem Caravan. Oh, wow. Ja, da kommen noch coole Sachen. Ich finde, bisher ist es ein sehr klassisches Adventure. Vom Look erinnert es mich sehr an, hier Dungeons auf Hinterberg. Voll, das ist genau der gleiche Grafikstil. Ja. Und cozy, aber trotzdem alles so schön cozy. Also es ist ein sehr warmes Spiel, auch wenn die Prämisse das jetzt nicht vermuten lässt. Es ist total liebevoll. Familie steht im Vordergrund. Man hat dann auch so kleine Quests, wie das Kind von einem befreundeten Paar hat die Rassel verloren. Dann musst du halt mit dem Caravan los und mit dem Sensor am Strand nach der Rassel suchen. Ja, es ist schon ein sehr verzeihliches, ein sehr warmes, ein sehr zugängliches Spiel. Aber ich finde, die Themen, die drin sind, sind trotzdem schön und cool erzählt. Es sind absolute Indie-Perle auf jeden Fall. Also da machen wir einen Cast zu. Es ist natürlich auch nicht komplett vertont oder so, sondern du hast nur Textboxen. Aber es ist auch toll geschrieben, finde ich. Die Charaktere wirken authentisch. Und also mit diesem Caravan rumfahren und nach diesen Tech-Modulen zu suchen, die man immer braucht, um das nächste Upgrade zu machen, das finde ich sehr motivierend gerade. Und es ist total schön, einfach in dieser Welt rumzufahren. Und man bastelt sich da was in Virtual Reality dann zusammen selber? Nee, das sind die Trainingsmissionen. Ach, Trainingsmissionen. Also wenn man ein neues Item kriegt, dann gibt es so ein VR-Modul und da kannst du es dann mal kurz ausprobieren. Ah, ich verstehe. Okay, okay. Ja, sehr spannend. Der Bastler sagt dir halt immer, du brauchst jetzt so und so viele Module und dann baue ich dir den Scanner rein und so. Ist das eine immersive Open World mit Tag-Nacht-Wechsel oder ist das irgendwie immer ... Nee, also es ist sehr spannend, weil es in so verschiedene Kapitel unterteilt ist und jedes Mal, wenn du ein Upgrade bekommst oder wenn du genug Teile zusammengekriegt hast, um das Auto abzugraden, dann bricht ein neues Kapitel an. Also dann sieht man auch so eine kleine Slideshow, wie die das einbauen. Wie ein Montage. Genau, wie dann so zwei Tage vergehen oder so und das neue Kapitel fängt immer irgendwie mit den Worten an, so und so viele Tage nach dem Distress-Signal, also nach diesem Notrufsignal. Also Zeit vergeht nur, wenn du das nächste Kapitel aktiv anwählst, indem du die Module hast und dann sagt er dir auch, also das Overlay sagt dir dann, hey, du hast noch zwei offene Nebenquests, willst du die jetzt fallen lassen oder willst du die noch machen? Das sind noch Leute im Camp, die die Hilfe brauchen. Also sowas wie mit der Rassel musst du nicht machen, aber wenn du diese Nebenquests machst, kriegst du halt Bonusteile, was dich durchaus lohnt, um dann schneller an das nächste Modul zu kommen. Es ist ein Erstlingswerk von Studio Plain Toast, seit Donnerstag, dem 12. September erhältlich. Publisher ist Dear Villagers. Habe ich alles noch nie gehört. Aber ja, den Trailer erinnere ich mich dran, den fand ich sehr, sehr spannend. Mich ist entsetzt. Dear Villagers ist doch ein total bekannter Publisher. Sagte mir, also ja, ich sehe gerade ja Vampire auch im Angebot, aber ansonsten, was sehe ich hier noch? Fabledom. OSM, Allschool Musical. Muss ich mir anscheinend mal angucken? Habe ich auch noch nie gehört. Naja, also eine, Ken Ford Solis zum Beispiel ist von denen. Jawohl. Ah, okay. Forgotten City haben die gemacht. Das war eins der besten Spiele, als es rauskam in dem Jahr. Haben die einen eigenen Stand auf der Gamescom zum Beispiel? Keine Ahnung. Die haben Recompile zum Beispiel auch gemacht, was ich super finde. So ein Metroidvania in so einem Techno. Das ist echt, das ist schon, also der Villagers ist schon etwas bekannter. Und ich wollte nur mal ganz kurz sagen, wie gut das aussieht. Super. Also ich wurde jetzt, ich habe das auch schon mal gesehen und wurde jetzt nochmal durch euer Gespräch daran erinnert, dass ich einfach sehr viele Spiele dieses Jahr verpenne, weil so viel rauskommt. Das heißt, es ist nicht so verpennt. Das kam jetzt just raus am Tag der Aufnahme. Ja, nach dem Videospielmaßstab ist das quasi schon gestern. Also die, sie wirklich schön. Ich finde vor allen Dingen diese, die Physik von diesen Karawanen sieht cool aus. Ja, das ist so ein kleiner VW-Bulli, ne? Ja, der dann so durch die Wüste rumbounce. Finde ich cool. Und sehr mysteriös finde ich, dass man auf einigen Bildern so eine Art Tornado im Hintergrund sieht. Was hat es denn damit auf sich? Das ist das große Geheimnis. Das ist eins der Geheimnisse. Es gibt mehrere auf dieser Insel tatsächlich, genau. Also der Name ist Sandwich. Nicht das Essen-Sandwich, sondern Sandhexe. Ist auch kein Zufall. So viel kann man schon mal sagen. Also da sind tatsächlich nicht nur ein Mysterium, sondern gleich mehrere versteckt. Und das ist irgendwie, ich finde es insgesamt an dem Zeitpunkt, wo ich bin, ist alles, was dieses Spiel macht, sehr motivierend weiterzumachen. Und das finde ich extrem erfrischend. Die Musik auch. Die Musik ist so gut. Die erinnert mich an Life is Strange. Ja. Voll. Es ist richtig toll. Ach, Leute. Ja, Schluss jetzt. Ja, sie kommen. 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 Test Drive Solar Crown. Ewig oft verschoben. Der quasi Nachfolger zu Test Drive Unlimited, wenn ihr euch daran noch erinnert. Und hier wurde jetzt die Stadt von, ich glaube, es ist Hongkong, ich bin mir gerade... Ja, ja, klar. Ja, aber ja, ich glaube, es ist Hongkong. Eins zu eins nachgemappt. Das ist krass. In ihrer Größe, in ihrer Allumfänglichkeit, allerdings ohne Menschen, die da drin rumlaufen. Das heißt, das Ganze wirkt ein bisschen weird. Das ist also ein fiktives Szenario, wenn man so will, wo alle Menschen sich nur noch in Autos bewegen. Aber ganz cool ist es halt persistent online. Das bedeutet, alle fahren da auch wirklich rum. Man kann auch immer wieder online Leute sehen. Man kann sie herausfordern. Und während man die Kampagne spielt, die sich ganz klar nach dem Modell Forza Horizon orientiert. Das heißt, man fährt auf einer riesigen Landkarte rum, kann verschiedene Challenges machen, Topspeed, Leaderboards aufstellen und einfach nur erkunden, auch ein paar Sammelgegenstände einsammeln. Gibt es halt diese komplette Konnektivität, wie man sie aus Forza auch kennt. Jetzt würde man dem Spiel allerdings unrecht tun, wenn man sagt, ja, das ist halt wie Forza, nur in schlechter, weil die halt ein bisschen weniger Geld hatten. Das ist zum Teil zwar richtig, aber es ist gar nicht... Also es hat ein ganz anderes Spielgefühl, wenn man es dann selber spielt, als ein Forza Horizon. Forza Horizon ist deutlich mehr Arcade noch. Testdrive Solar Crown ist steriler, hat deutlich mehr Einstellungen, um es auch simulationslastiger zu machen. Unterstützt auch die Lenkräder. Ich habe sie jetzt am PC gespielt. Und ja, es erzählt sich auch viel, viel langsamer. Während Forza ja zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst, einfach ein Bildschirm dir vor den Latz knallt, wo du dann acht oder zwölf Autos gleichzeitig siehst und die einfach auswählst, dann noch den automatisches Upgrade auf Stufe B machen und fertig und es geht wieder weiter, da schlafe ich irgendwie seit Serienteil 2 immer ein. Solar Crown geht da einen ganz anderen Weg, der für manche vielleicht müßig ist, aber mich mehr in die Spielwelt reinzieht. Das heißt, da ist es so, du hast so Ego-Perspektive-Passagen, wo du dann auch aussteigst und in einen Autoladen gehst, der zwar auch super sauber, clean und steril wie mit Desinfektionsmitteln ausgesprüht aussieht, aber du kannst halt rumlaufen und dir die Autos einzeln angucken und dich dann entscheiden, willst du das erst mal Probe fahren, willst du das kaufen? Und so ist es auch beim Tuning. Jedes einzelne Teil wird separat ausgewählt und so bekomme ich eine ganz andere Verbindung zu meinem Gefährt, was ich da habe. Und dann bleibe ich auch viel, viel eher mal in der Stadt stehen und gucke mich um und fahre mal ganz langsam, schalte natürlich um auf manuelles Getriebe, weil es gibt nichts Schöneres, als auch mal im zweiten Gang zu bleiben und damit dann einfach so richtig geil Burnouts zu machen oder halt mal den Motor durchdrehen zu lassen. Das ist alles, was verloren geht, wenn man ein Spiel wie Forza Horizon mit Automatikgetriebe und Ideallinie fährt, dann ist das auch fast wie so ein Walking Simulator, nur halt als Rennspiel. Man macht eigentlich nichts anderes mehr außer Gas zu geben und links rechts zu machen. Und es gibt nichts Langweiligeres für mich. Jetzt bin ich natürlich aber auch ein sehr langjähriger, versierter Rennspieler. Aber was ich sagen will ist, Solar Crown wird gerade viel Unrecht getan, wenn man sich jetzt auch die Vorberichterstattung anguckt. Da sind viele Tests online gegangen, meiner Meinung nach auch ohne das Spiel vernünftig gespielt haben zu können, weil es einfach online so noch nicht erhältlich war. Das heißt, von dieser Online-Welt und der Online-Challenge konnte man noch gar nichts mitkriegen. Die Pressemenschen haben halt untereinander vielleicht ein bisschen gespielt, mit vielleicht mal so zwölf Leuten in einer Online-Lobby. Aber das ist nicht die gleiche Erfahrung wie die, die man jetzt haben kann, wo das Spiel wirklich gelauncht ist. Spielerzahl ist trotzdem noch sehr gering. Ich wünsche mir, dass das Spiel doch noch ein bisschen Erfolg haben wird. Die Entwickler haben allerdings, oder Publisher, man weiß nicht so richtig, wer die Entscheidung gemacht hat, allerdings auch sehr viele doofe Entscheidungen drin, bezüglich Microtransactions und Online-Währungen und all diese Boosts, die man kaufen kann. Es gibt erst mal eine Glücksspiel-Warnung, wenn man das Spiel startet. Ja, eine Glücksspiel-Warnung gibt es, genau. Und das hätte es alles gar nicht haben brauchen. Da waren sie nicht mutig genug, weil das Spiel, das drunter liegt, ja, das hat nicht das allergeilste, neueste Fahrgefühl, aber es ist halt alles rock solid. Also ich spiele Solar Crown aktuell lieber als jedes Need for Speed-Underground-Spiel in der Vergangenheit, weil es halt auch nicht so, ja, proletisch ist der falsche Begriff, ja, so rabaukig, ich nenne es einfach mal billig. Wie ich die Need for Speed-Underground-EA-Spiele finde. Es ist nicht so ein Gehabe mit Gelaber vom Tuning, so hey, der coolste, bla bla bla, sondern es ist alles so ein bisschen gehobener, ruhiger auch und übersichtlicher. Ich mag das durchaus. Also was ich an dieser Stelle einfach sagen möchte, ist, gebt dem Spiel eine Chance, auch wenn die Berichterstattung sehr, sehr negativ aktuell ist online. Ich hoffe, ich finde noch jemanden, der es mit mir bekasten will. Dann können wir auch noch im Detail mal einsteigen. Ich glaube, das Spiel ist bei weitem nicht perfekt, hat definitiv seine Schwächen, besonders auf der technischen Seite. Das Spiel läuft auf meinem, ich würde es schon noch High-End-System nennen, es sind zwar nur eine 3080 drin, in Anführungsstrichen, aber zum Beispiel das Senuas Saga-Dingsbums, ich habe das auch gemacht im Benchmark, das lief, der zweite Teil von Hellblade. Aber Solar Crown dümpelt so mit 30 bis 45 FPS rum auf hoher geeignet. Aber sieht es im wenigsten so gut aus? Also ich meine, diese Stadt in 1 zu 1, finde ich, ist ja schon mal ein anderer Ansatz, als sie zum Beispiel The Crew irgendwie gemacht hat. Es sieht deutlich besser aus als The Crew. Es sieht ganz anders aus als ein Forza Horizon, wie gesagt, durch diesen hochauflösenden, klinischen Look. Es hat ganz coole Automodelle, aber es sieht halt nicht so gut aus, dass ich sagen würde, dass mein Rechner das nur mit 45 Bildern pro Sekunde darstellen sollte, wenn ihr versteht, was ich meine. Das sieht schon so aus, als müsste es das eigentlich mit 70 auch noch hinkriegen. Man sieht, was für Probleme die Engine hat, wenn man es dann alles runterstellt, die Auflösung auf 1080p beschränkt und alle Details wegmacht, dann sieht es a. nicht so viel schlechter aus und es läuft auch nicht so viel besser. Das heißt, so richtig toll kriege ich es nicht zum Laufen, gerade wenn man dann Kontrast Arcade Racer irgendwie reinmacht und da dann wieder das Spiel in 120 Bildern das Geschehen über den Bildschirm flitzen sieht. Also so hätte ich das gerne, dann wäre das Spiel deutlich besser. Es ist technisch unfertig, kann man nicht anders sagen. Und gerade auch die Umgebungsgrafik der Flora und Fauna. Fauna sind die Tiere, die gibt es ja auch gar nicht. Die Flora, also Blumen. Das sieht alles in Forza Horizon deutlich besser aus. Aber dennoch gab es Momente, wenn die Sonne aufgeht und es ist nebelig und der Soundtrack kickt richtig, dann hatte ich hier wieder Momente in Solar Crown, die mich eher an Forza Horizon 1 erinnert haben, wo es mich auch noch viel mehr reingezogen hat. Also ich finde von allen Forza Horizon Titeln ja den ersten mit Abstand am besten, weil der noch am freisten war. Das Entwicklerstudio da noch nicht so auf die Formel eingestimmt war, die sie dann seitdem immer durchexerziert haben. Ob ich jetzt Forza 3 oder, also Horizon 3 oder 5 spiele, null Unterschied. Eins war da anders. Und Solar Crown hat auch wieder diese magischen Momente, wo ich irgendwo stehe an der Küste und die Sonne geht auf und ich genieße das richtig und es zieht mich rein und dann fängt es so an zu regnen. Finde ich wirklich gut. Und das hat das letzte Forza Horizon zum Beispiel gar nicht mehr geschafft. Frage. Gerne. Ist das, ich brauche so ein bisschen das Need for Speed Billig, was du gesagt hast. Ich finde das, Need for Speed 2016, mit diesen Realschauspielern, finde ich es für mich die Krönung. Okay. Ich finde das nur geil, wenn die Ich-Persitive, also die Kamera, dann so auf Charaktere gerichtet ist und die dann so einen Fistbump Richtung Kamera machen. Jo, Bro, lass mal einen Slide machen. Ich finde das großartig. Die Kultur ist da nicht drin. Du hast allerdings was anderes. Also Stellar Blade findest du zum Beispiel auch cool, oder? Ja. Und der Hauptcharakter in Stellar Blade, da muss ich immer dran denken, wenn ich die Chefin in Solar Crown sehe. Also da ein bisschen, ein bisschen, oh Gott, wie sagt man das jetzt? Ist halt schon auch sexy, das Spiel. Ich finde das ja gut. Ja, aber was ich meine, was diese Atmosphäre halt ausmacht, ist ja, dass du bei Need for Speed immer das Gefühl hast, dass mit dir und drumherum diese ganze Poser-Crew oder die Tuner-Crew in der Nacht auch unterwegs ist, ja? Also da gibt es halt quasi immer diesen Battle zwischen diesen beiden. Und bei Solar Crown, das wirkt alles so sehr steril. Ja, das ist es. Und ich muss da mehr sagen, sowas wie Metropolis Street Race oder so. Ja, ist lustig, dass du das sagst. Das habe ich nämlich in meiner Videoaufzeichnung auch gesagt. Es ist quasi wie MSR, nur noch mit einer zusätzlich frei befahrbaren Stadt. Und zwischendrin, die Kurse sind halt absolut MSR-Style. Ganz viele 90-Grad-Kurven, aber auch immer die Möglichkeit, fährst du jetzt links, fährst du rechts. Und in der Mitte sind dann immer diese Isles, wo da ein bisschen Bepflanzung ist. Die KI verhält sich auch ein bisschen ähnlich wie die MSR oder Project Gotham Racing KI. Aber das finde ich eher gut, weil MSR habe ich halt auch super gerne gespielt. Ja, verstehe. Ja, weil ich finde diese Festival-Atmosphäre oder halt irgendwie dieses Gefühl, dass man in so einer Nachtszene unterwegs ist wie bei Need for Speed, das finde ich eigentlich immer geil. Und das ist eigentlich das, was mich motiviert. Deswegen hat mich Solar Crown jetzt nicht so abgeholt. Weil ich fand das genau das, was du sagst, das fand ich so irritierend, dass du da Hongkong hast. Und Hongkong ist ja eigentlich eine total belebte Stadt. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner die hat, aber viele. Und da ist ja keine Sau unterwegs. Die sind alle tot. Die sind, also die sind auch... Ja, das ist so weird. Also das ist so... Ja, aber das kannst du technisch so offensichtlich gerade nicht umsetzen. Also als Rennspiel funktioniert das, finde ich, sehr gut. Als so Utopie, dass alles nur noch auf Autos ausgerichtet ist und nur noch wenige Menschen leben, dann ist es für mich logisch und funktioniert auch. Man kann sich... Man muss es sich so vorstellen, man kann nur noch in Innenräumen sich bewegen, zu Fuß. Und sobald man an die frische Luft kommt, frisch in Anführungsstrichen, muss man in ein Auto steigen, um gefilterte Luft zu nutzen. Das ist so weit weg in Hongkong, glaube ich. Stimmt auch wieder, ja. Ist auch krass, wie oft da Nebel, also Smog ist und auch genutzt wird in dem Spiel. Also ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Probespielen, Micha. Ich glaube schon, dass dir das gefallen kann. Kann aber auch sein, dass sich diese Sterilität, die definitiv vorhanden ist, total ankostet. Ich finde es geil. Auf eine Art. Also ich mag sowas super... Micha mag doch keine leeren Räume. Genau, ich bin so ein aufgeräumter Typ. Ich mag das durchaus. Ja, ich bin gespannt. Ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Ich hatte jetzt aber auch so gehört, dass man dem Spiel auch Zeit geben muss. Definitiv. Das ist ja als MMO angelegt, soweit ich das verstehe. Und ich war auch ein bisschen überrascht über die 16er-Freigabe, wegen Gambling. Also da ist auch keine Gewalt oder so drin, sondern es ist halt einfach wegen einem Glücksspiel. Und ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort zum Release irgendwie das Spiel spielen muss, sondern dass man dem vielleicht ein bisschen Zeit geben soll, bis Kinoin Racing da vielleicht ein bisschen nochmal nachbessert an einem wird stellen. Das ist halt schwierig, wegen A, es ist always online. Ist halt die Frage, wenn du jetzt zu lange wartest, kann es auch sein, dass das Ding dann schon gefloppt ist, weil alle, die den Ansatz hatten, den du hattest, findest du halt niemanden zum Mitspielen. Und es ist halt die Frage, kann es überhaupt noch gespielt werden? Machen die Entwickler irgendwann, wenn sie sagen, okay, sie geben das Projekt auf oder widmen sich was Neuem, geben sie dann noch den Patch raus, dass es auch offline spielbar sein wird? Das ist halt die Frage, die hier ungeklärt ist. Ah ja, okay, spannend. Ich gucke es mir mal an. Du hast dir auch angeguckt, Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Welche Spiele sind denn da drin? Ach, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Ach, so viele? Meine Güte. Nein, sieben Stück sind drin, aber die haben alle so ewig lange Namen, damit würde ich euch jetzt gar nicht langweilen. Nur mal ganz kurz angerissen, weil, nur mal so ein Hinweis, also damit habe ich mich diese Woche auch beschäftigt, das ist ganz cool. Das ist ein kleines Wunder, tatsächlich. Diese Collection ist tatsächlich, man munkelt, man sagt, dass es durch eine Fan-Petition zustande gekommen ist, denn die Disney in ihrer großen Weisheit hat, als sie dann halt Marvel gekauft haben, sich dann irgendwie gedacht, ja, da machen wir unser eigenes Ding mit den ganzen Games und haben da so unseren eigenen Plan und haben dann einfach die Lizenzen für Capcom nicht erneuert. Und da gab es dann halt 2017 noch so ein Marvel-Vers Capcom Infinite. Das kam auch nicht so gut an, das war ziemlich, da hatten wir nicht so viel Budget und das hat man in dem Spiel auch angesehen. Und danach ist dann eigentlich nichts mehr viel passiert. Und das ist eigentlich schade, weil seit 1993 eigentlich gab es halt eine Partnerschaft zwischen Marvel und Capcom und die haben da in den Arcades echt ganz gute Arcade-Spiele gemacht. Das fing damals mit dem Punisher an, den kennt ihr alle, Frank Castle, der Leuten auf die Fresse haut. Und das ist ein Spiel, das dann halt quasi den Beginn einer langen Kooperation über Jahre hinweg mit Marvel quasi bringt. Und die haben erst mal nur so X-Men-Spiele gemacht, davon sind zwei oder drei Stück in dieser Collection drin. Und dann kamen irgendwann diese Crossovers, mit der die Serie eigentlich erst richtig groß geworden ist. Also Marvel Super Heroes vs. Street Fighter ist, wie der Name sagt, genau das. Und es gibt ja eine Regel im Marvel-Universum, es ist eigentlich egal, was die Origin-Story der Leute ist oder was wir Kostüme, die tragen oder was wir Problem, die haben. Am Ende endet es immer mit einer Klopperei. Ist eigentlich immer so. Also selbst Doctor Strange kloppt sich am Ende mit irgendwelchen Leuten und wenn es er nicht macht, dann wenigstens sein Umhang alle. Also am Ende wird immer geprügelt und zumindest in den Marvel-Filmen. Und das passt eigentlich ganz gut. Da dachte sich bei Capcom jemand, ey, das machen unsere Leute bei Street Fighter ja auch. Also warum kombinieren wir das nicht eigentlich, diese beiden? Und es gibt dann also diese Spiele, wo Wolverine sich mit Chun-Li kloppt. Und das ist schon sehr witzig. Und Fans wollten, es gibt ein Fan-Favorite da drin, nämlich Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Da gibt es einen Dreamcast-Port von und für PlayStation 3 und Xbox 360. Und das ist ein Titel, der ist auf Fighting-Game-Conventions und auf Turnieren immer noch sehr beliebt. Also der wird immer noch gerne gespielt, weil das ein sehr gutes Spiel ist mit sehr ausgewogenen Systemen. Und das ist so ein Tag-System. Also du kannst so ein Team ausfeinern, zusammenstellen. Man kämpft da also immer in Gruppen gegeneinander und so. Und ein sehr beliebtes Spiel. Da Disney diese Lizenzen aber nicht erneuert hat, sind die halt einfach auf den alten Konsolen stecken geblieben. Und da wurden dann irgendwann die Rufe laut, dass es dann hieß, ja, bitte bring dieses Spiel rüber. Und es gibt einen sehr bekannten YouTuber in der Fighting-Szene, der heißt Maximilian Dude oder Max Dude abgekürzt. Das ist ein Typ, blonder Typ, der sehr, der täglich wirklich jeden Tag ein Video rausbringt, seit Jahren über Fighting-Games. Was täglich was machen, täglich was produzieren, wer kommt denn auf so eine Idee? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist absurd, Manu. Kann man sich gar nicht vorstellen. Naja, und der ist sehr bekannt in der ganzen Szene und der hat irgendwann mal eine Petition gestartet und gesagt, bringt uns bitte Ports von diesen Spielen wieder. Und dann hat ein Produzent von einer etwas älteren Capcom Fighting Collection gesagt, jo, wir sehen es. Wir versuchen da mal was mit Disney zu verhandeln und das 2021 rauszubringen. Und die Verhandlungen haben, glaube ich, ein bisschen gedauert. Ja. Aber jetzt ist sie da. Die wurde jetzt angekündigt und die ist besser als gedacht, weil da sind jetzt sieben Spiele drin, angefangen vom Punisher. Ähm, bis hin so Sachen, Marvel vs. Capcom, Street Fighter, Dings, bla bla bla, äh, lange Namen. Ähm, und auch natürlich das, was alle wollen, nämlich das Marvel vs. Capcom 2 ist da drin. Und das Beste ist, es ist nicht nur die Konsolenversion, wie damals bei der Dreamcast, sondern es sind die Arcade-Ports. Also es sind die von den originalen Arcade-Boards quasi emulierten Sachen, sodass man die bestmögliche Version von diesen Spielen eigentlich bekommt. Und Capcom hat eigentlich alles richtig gemacht mit dieser Collection. Also die sind so gut emuliert. Man hat die üblichen Optionen dabei, die so ein Ding halt auch braucht. Man kann sich Rahmen einstellen, Bildfilter, bla bla bla. Die Latenz ist so gut wie gar nicht vorhanden. Ähm, also es ist wirklich super wichtig natürlich für ein Fighting Game, dass da keine Latenz durch die Emulation kommt. Ist weg. Und, ähm, dann haben sie dann noch so Sachen reingebaut, wie, dass du die Originalmusik von den Sachen natürlich auch mit drin hast. Du kannst dir so in Galerien angucken, wie die Anleitung zu den Spielen aussah und so weiter. Und noch so Bonus-Material und so. Das ist ganz fantastisch. Und, ähm, halt der Punisher, der erste ist auch mit dabei, was auch ein Notgeteil-Bonus ist. Das Spiel war nämlich damals, wenig überraschend bei dieser Vorlage, extrem umstritten wegen der Gewaltdarstellung. Also, der läuft halt Frank Castle. Der Punisher ist der, der Superhelden umbringt, ne? Genau. Das ist der Typ, Frank Castle, der einfach alle umballert, weil er sauer ist. Ja. Er will halt Rache üben. Und es gibt diese neueren Punisher-Filme oder auch die Serie, wo du siehst, wie der Typ die ganze Zeit Menschen umbringt. Naja, und dazu gibt's ein Spiel, was für damalige Verhältnisse, alles Pixel-Grafik, das war ein Beat'em-Up. Ist auch das einzige Beat'em-Up, was in diesem Spiel drin ist. Also, alles sind Fighting-Games und Beat'em-Up, damit meine ich so, wenn man von links nach rechts läuft und wie in Streets of Rage-Style halt Leute umbringt oder verkloppt. Und Frank Castle bringt ja glatt um. Und man sieht Pixel-Blut und Endbosse, er schießt da dann auch eiskalt. Aber die US-K, war so, ja, weißt du, ist lange her, Pixel-Grafik, gehen wir ab 12 heute frei. Also, die ganze Collection ist heute ab 12 frei gegeben. Insofern sehr cool. Also, man kriegt wirklich Videospiel-Historie und die Spiele sind gut. Also, als ich es gespielt habe, ich bemerke, dass die etwas älteren davon, also gerade so X-Men, Children of the Atom und so, ich finde jetzt nicht, dass die so, das ist nett, das mal zu spielen, aber ich würde das jetzt nicht im Turnier spielen. Aber Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes, der zweite, dafür lohnt sich die Collection leider schon. Und das ist eigentlich auch das, was die Community will. Und in der Fighting-Hand-Community wird das jetzt gerade so als kleines Wunder gehandelt, dass es überhaupt funktioniert. Also, dass Disney gesagt hat, jo, wir machen das jetzt. Ihr dürft diese Collection rausbringen. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass Disney bemerkt hat, dass nicht alle Spiele so gut geworden sind, die sie so rausgebracht haben. Und Capcom doch eigentlich ein ganz guter Partner war. Wer weiß. All hail the Disney. Mir fällt direkt auf, Marvel vs. Capcom 2, das da drauf ist, ist aber in 4 zu 3. Dabei hat Iron Galaxy doch schon in der PS3-Collection vor zwölf Jahren eine Widescreen-Version, die auch sehr, sehr gut war, rausgebracht. Das kotzt mich jetzt schon wieder an, dass man zwei Spiele braucht, wenn man das Beste von allem haben will. Nee, aber das ist ja die Arcade-Version. Arcade ist alles 4 zu 3. Ja, aber von dem Marvel vs. Capcom 2 gab's halt schon eine Widescreen-Version. Aber die Puristen wollen halt die Arcade-Version. Ich glaub, beim Turnier darfst du nicht mit einem Widescreen ankommen dann, oder? Wenn's optimiert ist? Nee, nee. Warum nicht? Also das ist halt auch, du merkst es auch beim Spielen, dass es sehr auf 4 zu 3 ausgerichtet ist. Also so wie die Reichweite der Charaktere ist und wie die schlagen und so und wie hoch die springen, das ist schon alles sehr drauf ausgerichtet. Das merkt man schon. Ja, kannst dir die andere ja nochmal angucken. Und ich fand das schon sehr gut angepasst. Ja, aber ein gutes Ding. Und es kommt auch eine Retail-Version, wollte ich nur sagen. Also jetzt hören ja vielleicht ein paar Sammler zu, die sagen so, ja, digital. Ich würde nicht mehr in Discs investieren, ehrlich gesagt. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, ja, aber nee, da kommt ja jetzt, das gibt's halt auch für Switch, also Xbox wahrscheinlich auch, aber Switch-Version gibt's auch. Und das wurde ja witzigerweise, wurde die Collection ja auch auf irgendein Nintendo Direct angekündigt, was die Leute alle ein bisschen erstaunt hat. Gutes Ding. Und das steht sich an. Es gab vorher eine Capcom Fighting Collection. Ich glaub, die heißt auch so, wie ich das sage. Die hab ich auch. Die ist auch sehr gut. Es ist schön, dass die Sachen so ein bisschen archiviert werden und da jetzt was kriegen. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt kein Marvel-Fan so, aber ich glaub, die Leute, wenn ihr schon mal sehen wolltet, wie Hulk, Wolverine auf Smallheart und dann kommt Rio rein und clasht, keine Ahnung, irgendein Spider-Man um, dann ist es genau das Ding. Ja. Sehr, sehr schön. Das waren die Spiele für diese Woche. Dann gucken wir mal auf die News und ich sortiere noch mal um. Wir reden zuerst natürlich über die PlayStation 5 Pro für 800 Euro. Lol. Ja, also absolutes Lol an der Stelle. Ein Concord-mäßiges Vorbeidenken am Abend. Ich hab auch so eine geile Meme-Grafik gesehen, wo so die Aktien quasi dargestellt wurden von Sony, dann total im Keller waren bei Concord, dann bei Astrobot auf einmal astronomisch hoch von wegen richtig geil und dann zwei Tage später kommt dieses Announcement und alles wieder im Keller. Also Sony-Playstation macht grad echt eine Achterbahnfahrt durch. Halleluja. Aber vielleicht, weil sie sich erlauben können. Ich hab sehr, sehr lange und sehr viel drüber nachgedacht, was jetzt diesen Preis in irgendeiner Form rechtfertigt, was die Strategie dahinter sein könnte. Und ich glaub, der leichte Ausweg ist zu sagen, ja, Arroganz und sie können es sich halt erlauben. Und dann hab ich aber noch viel nachgedacht über, was wurde jetzt in der Vergangenheit ausgegeben halt für Premium-Produkte und ist es vielleicht einfach genau dieselbe Strategie, mit der Nvidia halt auch so wahnsinnige Erfolge feiert. Ja, oder Apple mit iPhones. Genau, einfach teure Sachen für Menschen, die das Geld haben, anzubieten und gar nicht zu sagen, das ist für jeden und wir sind hier auch keine. Die sagt sich, Sony auch, wir sind hier keine Charity. Ja, ja. Wir verschenken keine PS5s. Ich finde, das ist total deutlich geworden, dass das ein Prestigeprodukt ist und dass das wirklich auch, die wollen halt die PC-Leute grabben irgendwie so, weißt du, weil ein PC ist ja darauf ausgelegt, dass du dir selber die Teile zusammenbaust und dann aber das Beste vom Besten hast, so das Beste, was überhaupt geht. Und ich finde, das ist so ein kläglicher Versuch, an solche Leute noch irgendwie ranzukommen, die auch so richtig geil da drauf sind, einfach alles in 4K und auf dem bestmöglichen Fernseher und bestmöglicher Qualität spielen zu wollen. Dabei hat die noch nicht mal natives 4K. Ja, eben, das ist ja genau das Problem. Michi ist ja eigentlich das, was du beschreibst. Michi ist ja einer, der sagt, ich will the best of the best, darf auch ein bisschen kosten, würde ich dich jetzt mal so einschätzen, zumindest, dass du die High-End-Version haben möchtest, wenn sie verfügbar ist, aber die PS5 geht ja daran voll vorbei in deinem Argument. Ja, irgendwie schon. Das ist es nämlich. Das wundert mich halt auch. Also den PC kann sie immer noch nicht Paroli bieten mit dem, was sie macht. Nee, auf gar keinen Fall. Und mir fehlt halt auch das schlagfertige Argument, 15 Bilder mehr pro Sekunde, also 60 statt 45 zum Beispiel in den Games, habe ich dann auch nicht so nötig. Beim PC konnte ich halt sagen, oder dass ich mir eine 3090 geholt habe, hat halt bei mir Triple Screen Sim Racing ermöglicht in der Auflösung von 7840 mal 2160, glaube ich. Ja, Gesundheit. Aber nativ, ohne DLSS oder spektral Super PlayStation Upscaling. Und hier, soll ich das Gleiche ausgeben und habe aber eigentlich doch eine sehr ähnliche Spielerfahrung zu der normalen PlayStation 5. Und ich sehe es persönlich selbst für mich nicht. Und wenn es schon für mich so schwierig ist, für wen ist es denn dann leicht, diese Entscheidung zu machen? Das frage ich mich halt auch. Ich frage mich halt was. Ich habe keine andere Erklärung, als die wollen irgendwie Hardcore-Fans oder Hardcore-Tech-Leute abgrabben. aber haben total den Punkt verfehlt. Das Perverse daran ist ja auch noch, dass sie diese Mark Serenny stand ja auf der Bühne und hat dann die Demos gezeigt. Klar, da brauchen wir nicht drüber reden, dass man es in einem Online-Stream nicht direkt erkennen kann, was jetzt da passiert. Ja, weil es halt einfach Lost in Pixelation ist. Das ist klar. Aber, wenn ihr euch mal anschaut, welche Spiele hat er denn gezeigt? Das sind alles PS4-Spiele. Das ist durch die Bank, durch waren das PS4-Spiele. Das sind alles Spiele gewesen, die auf der PS5 natürlich ein Upgrade gekriegt haben und jetzt wollen sie uns eine 800-Euro-Konsole verkaufen, ohne ein starkes Zugpferd, ohne Uncharted-Neu oder ohne ein neues God of War oder ohne, weißt du, irgendwas Exklusives, Neues, Großes, was das rechtfertigt. Aber nichts von dem, was man da jetzt gesehen hat, rechtfertigt ja ein Aufpreis von 800 Euro, weil so groß ist der Sprung zwischen einer PS5 und einer PS5 Pro ja wirklich nicht. Klar, du kannst dann halt, wie bei den PC-Versionen jetzt von Spider-Man, kannst du dann halt Raytracing anhaben bei Spider-Man 2 und hast die 60 Frames, was ja auf der PS5 nicht geht. Aber wieder kein natives 4K, weil es immer noch hin und her rendert, genau. Also das ist schon wirklich wild, was sie da im Endeffekt sich ausgedacht haben. Gerade bei dem Software-Lineup, ja, es gibt auch eine erweiterte, oder es soll erweiterte Patches geben für die Abwärtskompatibilität von PS4-Spielen. Aber da wurde dann auch wieder zum Beispiel das große Argument Bloodborne nicht genannt. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, macht es wirklich den Mega-Unterschied, wenn sie jetzt einen Bloodborne-Patch rausbringen würden, der auf einmal 4K und 60 FPS bei Bloodborne unlockt? Personally, I don't care again. Es ist krass. Ich weiß wirklich nicht, und trotzdem habe ich irgendwie im Urin, dass das Ding direkt ab 26. September ausverkauft ist. Wenn sie nicht angefangen hätten, PC-Portierungen zu machen, könnte man ja verstehen, warum sie das machen. Aber seit sie jetzt so offen sind für PC-Portierungen und die ganzen großen Highlights von Horizon bis God of War alle irgendwie auch für den PC rauskommen und sie dort per Definition besser aussehen und besser laufen als auf der PS5 Pro, dann verstehe ich dieses Produkt halt einfach nicht. Ja, da muss man natürlich aber sagen, baust du dir einen PC, mal angenommen, du baust dir einen PC zusammen und der soll dann die Spiele so darstellen, wie es wahrscheinlich die PS5 Pro machen wird. Würdest du bei einem PC rauskommen, der mehr kostet als die Playstation 5 Pro und dann müsstest du schon wieder sagen, ja, das bedeutet, du willst auch den ganzen anderen Kram zusätzlich am PC machen und deswegen kostet das auch alles mehr. Aber nur, wenn du wirklich nur die Playstation-Spiele spielen willst, eine konsolenmäßige Erfahrung und sie soll so aussehen wie halt auf der PS5 Pro, dann ist die PS5 Pro wahrscheinlich immer noch das günstigste Angebot. Verstehst du, was ich meine? Es gibt keinen PC, der sie so darstellen würde und auch nur 900 Euro kostet. Der existiert tatsächlich wiederum nicht und auch erst recht nicht mit 2 Terabyte Speicher und wahrscheinlich auch ohne Laufwerk. Das ist ja auch so geil. Man hätte sich jetzt gedacht, das ist das Premium-Produkt, natürlich ist da das Laufwerk dabei. Nein, Sony sagt sich, wieso? Die Leute, die das kaufen, die sind eh schon gebranntmarkt und kaufen alles nur noch digital, weil sie das Geld alle haben und die brauchen keine Spiele verkaufen oder irgendwas. Das kommt alles auf externe Festplatten. Ja, toll. Das ist richtig traurig. Ich finde, das ist echt eine Frechheit, dass man das Laufwerk zusätzlich dazu kaufen muss und dass das einfach nicht mehr gegeben ist. Ich weiß, dass wir immer mehr in Digitalität rutschen, in allem, aber ich finde physische Titel auch cool. Und wenn es ein besonderes Spiel ist, was mir wirklich am Herzen liegt, dann kaufe ich mir das auch in der Box, genauso wie mit Filmen. Stellt euch mal vor, irgendwann passiert irgendwas, und für mehrere Wochen ist das Internet down oder irgendwas so. Und niemand kann Filme gucken, weil keiner mehr Filme hat. Das ist dann aber das kleinste Problem, weil da hat man nämlich auch keinen Kühlschrank mehr und keine Supermelde und alles bricht zusammen. Wenn das Internet ausfällt, bricht doch nicht der Kühlschrank zusammen. Ja, okay. Nein, aber jetzt mal, ne, stellt euch mal irgendein Szenario vor, das nicht Krieg ist oder irgendwas, aber trotzdem unser Internet total beeinträchtigt. Ich weiß nicht, was das sein könnte, Solarsturm oder irgendwas. Ja, Solarcrown. Ja, ey, kein Plan. Also, ich verstehe nicht, wie man komplett davon abkommen kann, physische Versionen quasi zu dulden. Der Markt hat gesprochen, die Leute sind zu faul. Die Leute wollen nicht aufstehen von der Couch und das andere Spiel holen aus dem Regal und das reinmachen. Das muss der Grund am Ende sein. Und sie haben alle noch in den westlichen Luxusländern genügend Kohle, um halt auch nicht Spiele zu verkaufen zu müssen, sondern es einfach irgendwo haben zu wollen. Das ist reiner Komfort. Ich bin da ganz bei dir persönlich. Die PC-Spiele hat noch die Offenbar gar nicht mehr, eben. Und mich nervt es aber auch, wenn ich aufstehen muss und irgendwie jetzt immer die Final Fantasy 15-Disc holen muss, nur, damit ich das spielen kann, weil mir meine Playstation halt sagt, hey, du musst schon beweisen, dass du das Game hast. Du hast das hier zwar runtergeladen, aber wenn du spielen willst, musst du halt die Disc einlegen. Dann denke ich immer so, oh nee, was habe ich noch auf meiner Playstation für eine Installation installiert? Und dann fange ich an, das zu spielen. Und das ist halt scheiße. Also ich bin halt froh, dass diese, also ich gönne es euch ja und ich will auch nicht, dass es weg ist, aber ich verstehe komplett, warum das Ding kein Laufwerk mehr hat, weil es einfach noch am Markt noch mehr vorbeigeht. Also das würde dann halt 950 Euro kosten, das Ding und wer das möchte, kann es sich ja kaufen. Also das finde ich völlig in Ordnung. Hast du gesehen, was die Laufwerke jetzt kosten? Die werden gerade bei Ebay für bis zu 200 verscheuert, weil sie gerade nicht nirgendwo bestellbar sind vernünftig. Also wer es noch zum Normalpreis, wer es haben möchte und zum Normalpreis haben will, sollte schnellstmöglich auf der offiziellen, jetzt macht man Werbung für Sony. Es ist bizarr. Es ist bizarr. Und als PC-Spieler ist man es ja eh schon gewohnt, dass man gar keine physischen Spiele mehr hat eigentlich in der Regel. Die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Also man hat den Drops schon. Und ich genieße es. Ich sehe halt auch die vielen Vorteile. Für mich ist es halt sehr viel praktischer. Ich nehme Steam Deck mit und muss mir nicht überlegen, welche Module nehme ich mit, sondern habe halt die komplette Steam-Bibliothek. Dann bin ich irgendwo am Campingplatz im WLAN und lade mir halt ein Spiel runter, was ich habe. Das finde ich sehr viel angenehmer und bequemer. Bei der Switch war es ganz oft so, dass ich sage, oh, jetzt will ich das spielen, habe das Modul zu Hause liegen lassen. Und aber trotzdem, um da auch noch Anne zu bekräftigen an das Standpunkt, ich finde schon, es muss einen Markt geben, der nach wie vor komplett physisch und komplett offline funktionieren muss. Genauso wie bei Filmen. Ich finde, es muss noch die Möglichkeit geben, auch das Ganze sich irgendwie auf den Projektor, 4K-Projektor zu schmeißen und dann irgendwie halt die Disc einzulegen für die bestmöglichen Sound und bestmögliche Bild. Weil das hast du nach wie vor beim Streaming über das Internet nicht. Den Unterschied sehe ich auch. Und es gibt Momente, wo ich mir die Arbeit machen möchte, das Beste haben zu wollen und das Beste darstellen zu wollen. Und dann braucht man diese anderen Lösungen. Und dann sollen die meinetwegen das Dreifache kosten, aber sie sollen verdammt nochmal da sein. Es soll bitte einen Markt geben, wo es das immer noch gibt. Genauso wie es Zeitungen jetzt immer machen. Ganz kurz, ich finde halt, sie hätten das damals durchziehen müssen, dass man digitale Güter wieder verkaufen kann. Dann wäre das Problem Das wäre auch noch wunderbar gewesen. Das fände ich die beste Lösung. Ich finde, man begibt sich in Abhängigkeit einfach. Das muss nicht sein und ich finde, das sollte nicht sein. Alles, was irgendwie so runtergedampft wird, dass nur noch ein großer Player davon profitiert, wer auch immer das in welcher Sparte des Lebens auch sein mag, ist halt einfach falsch. Und wenn du die Leute hast, die dann da sitzen und sagen so, ja gut, es gibt alles nur noch online, ist uns doch egal, was passiert, wenn online mal gerade eben nicht ist. Das kann nicht richtig sein, das verstehe ich einfach nicht, wie so viele Leute sich darauf einlassen können und sagen können, ja, das ist der Weg, die digitale Zukunft. Das finde ich irgendwie weird. Was die PS5 Pro natürlich noch mal unterstreicht, ist einfach, was das für eine verdammt merkwürdige Konsolengeneration generell ist, weil das, was Manu gesagt hat, wir spielen sowieso gefühlt hauptsächlich Playstation 4-Spiele auf der Playstation 5. Es hat noch keine Konsolengeneration gegeben, die so wenig Identität hatte wie die aktuelle. Und wenn es eine Identität hat, dann ist es irgendwie eine negative für mich, eine langweilige, eine charakterfreie. Du hast eine News gelöscht, das mag ich überhaupt gar nicht. Ja, dann mache ich die sofort wieder dahin und dann besprechen wir die. Das mag ich überhaupt gar nicht. Da geht es um Astrobot. Und zwar, oder will noch jemand was zur Playstation 5 Pro sagen? Möchte jemand noch sich aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird ein großer Erfolg und in zwei Jahren kostet es 600 und dann ist sie überall unter dem Christbaum? Ich bin sehr gespannt, was damit wird. Ich frage mich, ich meine, meinen Standpunkt dazu hatte ich ja schon im letzten Brunch gesagt, was dieses, aufrüsten oder das Verbessern von aktuellen, so Pro-Versionen und sowas. Muss ich nicht nochmal wiederholen. Ich frage mich jetzt hier gerade, weil diese, da sind ja so riesen Kühlrippen drauf auf dem Ding an der Seite. Das ist doch nur Design. Ja, aber ich frage mich halt auch, dass der Vorteil bei so den, bei so Slim-Versionen und so etwas war ja immer, dass der Stromfarbe auch niedriger ist, aber ich frage mich jetzt, was dieses Ding jetzt an Strom saugen soll. Das ist ja keine Slim, das ist eine Pro. Ja, obwohl die Pro hat nicht gar nicht, also von der PS4 Pro, die hat gar nicht so viel mehr genommen, weil es halt auch effizienter wurde, weil kleinere Chips verwendet wurden. Ist eine spannende Frage, die eigentlich irrelevant ist aufs Jahr gerechnet. Die Frage ist eher, wann Adi das kommt und sich beschwert, weil jetzt die PS5 die Sprechen hat. Ja, und diese Rippen, das zeigt ja auch, dass die wahrscheinlich ein bisschen wärmer wird oder so. Also ist jetzt nur so eine Vermutung. Ich glaube, es liegt jetzt nur in Plastik. Ich glaube, das ist kein Kühlripp. Aber was ich interessant finde an dem Punkt, ist halt noch diese Clusterfiz, nee, wie heißt das, Zerklüftung jetzt dieser Erlebnisse. Also für die, was du ja auch im Forum bei uns geschrieben hast, Micha, die Devs sind jetzt alle gestresst, weil sie jetzt nochmal eine Option mehr testen müssen, anbieten müssen. Wir aus Spielejournalisten und Journalistinnen Sicht ist total nervig. Wir stehen jetzt vor dem Dilemma, müssen wir uns jetzt eine PS5 holen, um unseren Job weiter ausüben zu können, weil wir das ja dann auch testen müssen, quasi so, wenn man jetzt Aufträge macht und wir werden jetzt nicht vier Playstation 5 Konsolen wahrscheinlich gestellt kriegen. Also das ist auch wieder so ein Ding, dass man als Journalist jetzt eigentlich und Journalistin gucken muss, die Version ja auch abzudecken. Und vor allen Dingen lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit als gesamte Industrie, weil das, was bei der PS4 Pro passiert ist, ist nämlich, dass alle geupgradet haben aus der Industriesicht und nur noch die Pro in den Fokus gesetzt haben und die meisten vergessen haben, wie scheiße auf einmal die normalen Spiele auf einer nativen Playstation 4 gelaufen sind. Und das darf eben nicht nochmal passieren, weil die meisten Menschen sind eben, werden und werden auch zukünftig bei der Playstation 5 bleiben und nicht bei der Pro landen. Und dann bringt es gar nichts, wenn alle vorschwärmen, wie toll das auf der Pro ist oder vielleicht es noch nicht mal dazuschreiben, dass sie nur auf der Pro gespielt haben und dann eben nicht schauen, wie ist es eigentlich für die meisten da draußen. Das darf nicht passieren. Das Problem ist mit der Series S ja auch, die ja auch quasi nur die Spiele abspielen kann, aber nicht so gut. Genau, da gucken auch schon viel zu wenig Leute drauf, wie die Sachen auf der S. Ich hab noch nie auf der S gespielt, klar, das ist eigentlich auch ein Fauxpas. Was mich richtig ankotzt, jetzt wegen der Pro, ist, dass jetzt, ich freu mich tierisch auf Silent Hill 2 Remake, jetzt Anfang Oktober und ich weiß jetzt schon, dass ich nicht die optimale Version auf meiner Playstation spielen werde. Wenn du nicht die Pro hast. Genau, weil das halt eben ein Unreal 5 Spiel ist und Unreal ist sehr gut skalierbar, tolle Engine, kann sehr gut skalieren, kann man sehr gut machen. Heißt aber halt eben auch, dass die Version jetzt optimiert ist für die aktuelle Playstation und dann kann man dann halt theoretisch dann halt einen Slider nach oben stellen bei einigen Einstellungen. Dann sieht das Spiel natürlich nochmal besser aus. Und ich will ja bei einem Spiel, worauf ich mich total lange freue, wo ich seit Release denke, oh, das ist geil, das wird schön, da werde ich mir einen Tag freinehmen, wenn das rauskommt oder wenn, sobald ich da irgendwie Zugriff drauf bekomme, da werde ich mir sehr viel Zeit nehmen und in meinem Hinterkopf ist immer so dieser Gedanke, du spielst jetzt nicht die beste Version davon. Ist doch scheiße, oder? Micha mit FOMO, das ist ja auch was Neues. Ja, das ist wirklich. Das ist was ganz Neues. Das habe ich nicht noch nie so erlebt, dass du mal FOMO hast, wenn was Neues rauskommt. Aber es ist ein genialer Hinweis, weil er ist ja im Mainstream spätestens in zwei Jahren anwendbar dann auf GTA 6. Ja, definitiv. Da werden alle das in der besten Version spielen wollen, also wirklich viele. Und dann ist die Frage, was kostet die Pro dann noch und gibt es irgendwie ein 700-Euro-Bundle oder kostet dann noch 6,50? Oder kommt dann Xbox um die Ecke und sagt, ja, ist ja ein Konsolen-Release, wir sind auch am Start oder am besten sieht es aus auf der komplett neuen Xbox, die alles hinter sich lässt. Auf der Switch 2. Ja, also, mega spannende Entwicklung natürlich. Auch diese Asynchronität jetzt zu haben, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass Microsoft auch noch mal eine Super Series X oder so rausbringt. Im Gegenteil, im Endeffekt hat Sony jetzt so eine kleine Luke geöffnet, wo Microsoft in zwei Jahren mit einem Upgrade reinkommen kann und die PS5 Pro aussticht, wo Sony nicht schon wieder dann nachliefern kann und wieder eine neue Generation liefert. Von daher auch irgendwie spannend, was das angeht. traurig finde ich übrigens daran, dass die PSVR 2 in der Präsentation kein Stück erwähnt wurde und man jetzt erst im Nachhinein rausgekriegt hat, dass das damit, dass da auch ein paar kleine Extras drin sind, aber dass es nicht mal, dass es nicht in dieser Präsentation drunter war. Also, das zeigt schon ziemlich deutlich, dass sie das Ding halt richtig abgeschrieben haben, was super schade ist. Ja. Ja, also gerade weil da würde man ja wirklich argumentieren können, hey, das macht schon Sinn, jetzt mehr Power für PSVR zu haben, weil das ja wirklich schon sehr anspruchsvoll ist und das nicht zu berücksichtigen ist natürlich dann, also klar wird es schon irgendwie, aber jetzt nicht so großartig unterstützt werden, ist schon ein bisschen schade. Jetzt sind wir gespannt, was Switch macht. Das wird jetzt, äh... Man muss unbedingt bei Inside Moin muss man eigentlich alle Informationen erfahren und deswegen abonnieren auf Patreon oder Steady, ähm, weil es so eine spannende Zeit ist in der Spielindustrie. Yes. Yes, yes, yo, yo. Sag mal, wo wir gerade im PlayStation Camp sind, Days Gone, Creative Director, ähm, hat sich nicht richtig informiert, hat erfahren, äh, es gibt einen Astrobot von, wie hieß er? Deacon. Von Deacon. Von dem Typen aus Days Gone. Days Gone, genau. Und hat sich erst mal echauffiert, natürlich öffentlich im Netz, warum nicht? Wenn man schon mal wieder was sagen will, das ist ja wohl eine Frechheit, einfach hier, äh, dieses kleine Indie-Game Astrobot hier auf unserem großen, glorreichen Erfolg, Days Gone, sitzen zu lassen und, äh, ohne dass wir davon Bescheid wussten, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, also es ist ein bisschen simpler tatsächlich. Ich hab die News auch nur dazu gepackt, es ist jetzt kein großes Diskussionsthema, ich wollte auch einfach nur zeigen, dass es tatsächlich auch Get-Devs gibt, wo ich mich freue, dass sie keinen Job haben oder das tatsächlich irgendwie verdient haben, auch, weil dieser Typ, das ist nicht sein erster Ausfall. Ja. Dieser Typ hat jetzt tatsächlich gesagt, ähm, dass sein toller Charakter, Deacon St. John, aus dem Erfolgsspiel Days Gone, jetzt, äh, reduced to a cartoon shill, promoting some small game, ein Astrobot ist, ist ja wohl eine Frechheit, hat er gesagt. und da denke ich mir, wer bist du denn eigentlich, Typ? Ganz ehrlich, das ist eine Ehre, in diesem Spiel vertreten zu sein. Es geht um Ikonen der Playstation und du beschwerst dich, dass Deacon St. John jetzt niedlich aussieht, oder was? Was ich mir frage, also, ähm, das hat so mehrere Fragen bei mir aufgeworfen. A, musste Asobi nicht fragen bei den Leuten, bevor sie irgendwas einbauen? Das ist ja nicht offiziell, da stehen ja keine Namen dran und so, das sind ja nur Lookalikes. Das ist ja, okay, okay. Das ist ja Playstation. Also, Playstation gehört ja Band. Also, das ist ja völlig wurscht. In dem Fall sowieso, ja. Dann kann ich so gesehen, aber sein, also, ich finde, der hat absolut sein Recht auf seine Meinung da. Ich finde nur seine Adjektive dabei halt vollkommen realitätsfern, wenn er sagt, dass halt Astrobot das kleine Spiel ist und seine Kreation der große Erfolg gewesen sein soll. Das ist halt das, was einfach faktenmäßig, wo wir als Podcast einschreiten müssen, wie die Leute bei der Präsidialdebatte und erstmal die Fakten nochmal auf den Tisch legen müssen. Übrigens, um das nochmal klarzustellen, Bandstudio wussten wohl schon Bescheid und die sind auch cool. Die haben nämlich ein Bild gepostet, His Job is Beach, Big Congrats to our Friends Team Asobi on the launch of Astrobot und dann sieht man eben so eine Zeichnung wie Derek, äh, nicht Derek, ähm, Deacon. Deacon da am Strand. Sam Fischer. So, und dann, äh, kommt dieser John Garvin, der ja nicht mehr bei Band ist und kapiert's nicht und sagt dann wirklich so was wie I don't know Astrobot, but I wish them well, but not at the expense of Days Gone. So, als wäre das voll die, also völlig tone deaf. Ja, ich möchte nur mal in Kontext setzen, dass der gleiche Typ gesagt hat, dass Days Gone gescheitert ist wegen A, ähm, kleinen Bugs, dann B, dass die Reviewer gar nicht das komplette Spiel gespielt haben. Das glaube ich ihm sofort. Und C, und C, dass zu viele Leute das Spiel Vogue fanden, weil Deacon, ähm, weil sie nicht ertragen können, dass es ein weißer Hauptcharakter ist, der, äh, auf den Arsch seiner Freundin guckt. So. Und da denke ich mir, ja, und da denke ich mir so, du bist komplett lost einfach. Du bist unglaublich lost. Dein Spiel war mittelmäßig und so ist es leider. Punkt. Also, verstehe ich überhaupt nicht. Ah, interessant. Verstehe ich überhaupt nicht, wie man so sein kann. Die Menschen sind schon bunt gemischt. Ja, es ist schon alles sehr lustig momentan. Ebenfalls interessanter Charakter der Spieleindustrie, Yves Guimant, schon, äh, seit den 90ern dabei. Langjähriger Hörer von Inside Moin. Langjähriger Hörer von Inside Moin. War gerade noch mit mir auf der Gamescom. Ich bin mit ihm die Treppe hochgegangen, da hat er seinen Koffer geschleppt. Da habe ich ihm schon angesehen, in seiner Mimik, da stimmt was nicht. Und jetzt kommt die Frage auf, äh, wird Yves sein, sein langjähriges Amt, äh, an den Nagel hängen? Es gibt einen offenen Brief, der genau dieses fordert. Denkt ihr, das könnte Ubisoft in eine positive Richtung bewegen? Ja, ganz wichtig, der Brief ist von Ubisoft Investoren und Investorinnen. Also das ist das Entscheidende. Es ist nicht eine Fanpetition oder sowas. Es sind Menschen, die was zu sagen haben, die Geld haben. Ja, exakt. Das funktioniert immer leider. Also was heißt leider, aber er hätte ja schon viel früher fliegen müssen. Und das ist so, ja, es sagt halt wieder mal sehr viel über unsere Gesellschaft aus, dass wenn die Investoren alles scheiße finden, dann wird natürlich wahrscheinlich gehandelt. Ach, das heißt, ihr geht davon aus, dass wir Yves nicht mehr wiedersehen, nur noch privat dann bei uns im Wagen. Hey, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ich würde es mir schon wünschen. Dass er gehen muss. Ja, weil er es schon auch verdient hat, ganz klar. Aber ob es jetzt so kommt. Aber es ist doch so niedlich immer bei der E3, wenn er da kommt. das ist ja das Problem. Ich finde, er hätte schon lange verantwortet. Also ich bin da voll bei Anne. Ich würde es nicht so harsch ausdrücken, wie Anne das hier auch schon genannt hat. Dafür kenne ich ihn nicht persönlich genug. Aber ich finde schon, dass er nicht die Verantwortung übernommen hat, das Unternehmen umzubauen nach den krassen Vorwürfen. Da hat man auch danach erfahren, das war immer so ein bisschen Augenwischerei, was getan wurde. Aber intern hat sich wenig getan. Und ich finde nicht, dass er als CEO die Verantwortung übernommen hat für das, was seit Jahren da passiert. Er konnte sich halt ein bisschen darauf ausrufen, dass halt Essence Creed Valhalla sich so gut verkauft hat. Dass das halt immer noch eins der erfolgreichsten Spiele ist. Aber alle anderen Versuche, die sie gemacht haben, sind ja dann irgendwie auch unter seiner Flagge jetzt nicht so erfolgreich gewesen. Also ich verstehe schon, dass die Investoren langsam nervös werden, weil Ubisoft war mal Europas größte Spiele-Publisher, oder? Also, oder ist es wahrscheinlich immer noch auf dem Papier, aber da, die Aktien gehen halt runter und da bin ich bei dir, Anne, immerhin passiert jetzt halt mal was, auch wenn es halt leider zum falschen Zeitpunkt ist. Aber ich glaube schon, dass Ubisoft dringend umgebaut werden muss und es geht nicht, wenn Yves da oben sitzt noch. Lustig ist ja dieser offene Brief, da kommt auch das Spiel Split oder die Marke Splinter Cell zum Ausdruck, allerdings falsch geschrieben. Da wird von Sprintelzell geschrieben. Das heißt, man kennt sich sehr gut aus bei den Menschen, die Geld in Ubisoft reinpumpen mit der Materie. Ach, ich weiß nicht. Jetzt will ich aber das Spiel Splinter Cell haben, das ist bestimmt auch gut. Sprintel Cell. Also generell, nicht falsch verstehen, finde ich es schon verwerflich, wenn Investoren diktieren, was passieren muss. Gar keine Frage. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es ist leider, wie die Welt funktioniert. Aber dass es ausgerechnet Yves Guimant trifft, finde ich wiederum witzig. Also das nur mal so zur Klarstellung. Also für den Videospielmarkt ist das doch aber eigentlich scheiße. Wenn man mal guckt, wie viel eh schon aufgekauft wurde und ja, Ubisoft macht mega viel verkehrt und es ist immer so der Kandidat, so viel Potenzial, wir hatten es gerade erst bei Star Wars Outlaws, Manu. Und gleichzeitig, wenn jetzt Tencent halt sich einkauft und Ubisoft gehört Tencent, dann wird es aber halt auch nicht besser für die Spielevielfalt und für Potenzial. Die machen dann nicht den nächsten Blockbuster mit den Ubisoft-Leuten und bringen da Ordnung rein. Eigentlich bräuchten wir Ubisoft müsste sich komplett privat machen und da dann schön Double-A rausballern mit Qualität. Das ist das, was wahrscheinlich passieren müsste. Und ja, dafür ist Yves Guimant halt auch der Falsche. Und sonst wäre das, denkst du, passiert. Das Problem ist wirklich, dass man eigentlich es gar nicht befürworten kann, aber andererseits auch nicht dagegen sein kann. Weil einerseits eben durch die Sachen, die bei Ubisoft passiert sind und Yves die Verantwortung übernehmen. Da bin ich voll bei Anne. Aber ich fürchte auch, dass wenn Yves jetzt geht, dann ist halt dieses Familienunternehmen halt weg. So diese Gründerfamilie haben dann halt eben auch nicht mehr die Möglichkeit, so alles zu blocken und so, was sie ja schon einmal erfolgreich geschafft haben. Ihr erinnert euch, vor ein paar Jahren gab es doch auch mal so einen Übernahmeversuch von so anderen Dings. Aber wenn jetzt dann Ubisoft zu einem sehr, sehr niedrigen Preis im Vergleich zu dem, was sie halt eigentlich an Marken haben, dann irgendwie geschluckt wird von sowas wie Tencent, dann werden halt Jobs ohne Ende gestrichen werden. Also das ist ja das, was Aktionäre dann eben halt leider machen. Nämlich dann irgendwie von den 17.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die Ubisoft hat, wird dann halt einen Großteil wahrscheinlich Aber das passiert sowieso. Es wird sowieso nicht abwendbar sein, weil das sehen wir ja gerade bei jedem. Der Peak ist erreicht. Du kannst nicht mehr Geld machen, als es möglich ist. Und das ist ja genau das Problem. Es müsste eigentlich, so wie Michi gesagt hat, alles schrumpfen wieder, damit wieder quasi neu was erreicht werden kann. Also damit neue Maßstäbe und Standards gesetzt werden, damit das System sich gesund schrumpft. Aber das wird nicht passieren. Und deswegen ist es eigentlich völlig egal, ob Ubisoft aufgekauft wird oder ob Ubisoft unter der Leitung, die jetzt besteht, Spiele macht, die sich nicht so mega krass verkaufen. Beides resultiert in Leute werden gefeuert werden. So, das ist das Problem. Das ist eine sehr traurige Art, das zu sehen, aber es ist wahrscheinlich wahr. Ich glaube nicht, da stimme ich dir zu. Es wird wahrscheinlich nicht so viel an den Jobs ändern, ob sie jetzt gekauft werden oder nicht, weil wenn sie nicht gekauft werden, fehlt ihnen auch das Geld, um diese Leute zu halten. Es ist alles leider sehr doof. Ich finde gerade die News nicht mehr, aber es gab irgendjemand, ich glaube aus der ehemaligen Playstation-Führung, der jetzt gesagt hat, wieso finde ich das jetzt nicht? Das ist ärgerlich. Doch, da, former Playstation-EU was von Video Games Chronicle, der hat gesagt, Chris Deering heißt der, die Industrie, die kommt zurück, die Leute, die jetzt gefeuert werden, sollten sich jetzt mal schön ein Jahr am Strand ausruhen, weil die haben ja genügend Packages bekommen, also eine Abfindung, weil sie ja gefeuert wurden. Die Industrie wird sich schon wieder berappeln und dann läuft der Laden. Das finde ich auch so einen geilen, arroganten, dummen Ausspruch, so komplett tone-deaf. Er hat inhaltlich nicht unbedingt, hoffentlich, hoffen wir auch, dass sich die Gaming-Industrie wieder fängt und wieder Wachstum gibt. Aber wie kann man sowas sagen? Das ist so krass. Nee, ich glaube, so ganz Unrecht hat er nicht. Nee, nee, sag ich ja. Viele werden irgendwie kleinere Studios gründen, viele werden auch wieder Jobs kriegen. Ich glaube schon, dass die Branche wieder wächst. Also ich meine, es ist ja nicht so, als würden sich keine Videospiele mehr verkaufen. Aber es ist natürlich ein bisschen bescheuert, das so in diese Stimmung zu sagen, wenn du gerade tausende von Leuten hast, die ihren Job verloren haben. Und mal angenommen, das passiert tatsächlich, hätte auch ein bereinigtes Ubisoft halt wieder Chancen, eine eigene Identität zu haben. Und dann wäre es schön, wenn sie nicht aufgekauft wurden, als es halt doof lief. Und somit ist so ein Teil von mir, der immer noch auch irgendwie Jo, go, Ubisoft, bleib da. Bleib nicht wie du bist, aber bleib wenigstens eigenständig. Ja. Ja, schwierig. Ich, ach, keine Ahnung, Mann. Es ist alles schwierig. Die ganze Situation, die ganze Lage, in der sich die Games-Industrie befindet, ist einfach total abgefahren. Also sowas haben wir auch noch nie gesehen. Also ich gab... Also Trash ist schon, aber... Trash ist aber nicht in diesem Ausmaß. Also dass du wirklich jeden, jede Woche irgendwo liest, ja, der und der hat schon wieder Leute entlassen. Hier wurden schon wieder Leute entlassen. Das schrumpft zusammen. Hier passiert dies und das. Ja, ich glaube 2005 war auch eine schwierige Zeit. Und dann natürlich 2010 nach der Finanzkrise. Aber ja, da war es nicht so fokussiert, weil es einfach allenthalben und generell weltweit bei allem noch krasser so war. Ja, hier finde ich es jetzt schon sehr speziell auf die Spielebranche mit den Entlassungen. Oder man liest jetzt mehr drüber. Kann ich schwer sagen. Ich glaube, sowas gab es durchaus schon mal in ähnlichem Ausmaß. Und da hat es sich auch gefangen. Aber klar, die Pandemie wird nicht noch mal wieder kommen. Hoffentlich. Ich weiß auch gar nicht, was glaubt ihr, wenn jetzt noch mal eine Pandemie kommt, wird es wieder so sein? Vielleicht nehmen wir das als Mailbag. Michael Witschorek schreibt und fragt euch. Ich bin gerade reingekommen. Ich bin gerade reingekommen. Glaubt ihr eine, und Gott bewahre, hoffentlich kommt keine, eine zweite Pandemie, die ähnlich in ihrem Ausmaß ist, würde das gleiche Verhalten bei Menschen wieder triggern und Twitch würde über alle Maßen wachsen und alle würden sich wieder einbunkern und Videogames wären wieder das größte Ding, was die Menschheit noch zusammenhält. Ja oder nein? Micha, fang du doch mal an. Micha muss die Frage erst mal sacken lassen. Ja natürlich, wird es da ähnliche Sachen geben, aber ich glaube Twitch nicht mehr. Okay. Da wird irgendwas anderes kommen. Ich glaube Twitch ist bis dahin kaputt, aber die Leute brauchen halt ihre parasozialen Beziehungen. Das ist Twitch da am Telefon. Nein, also die Leute brauchen parasoziale Beziehungen und das ist ja auch eine Abzeichnung, die es heute gibt. Also wir haben noch nie so viel Einsamkeit unter, vor allen Dingen unter jüngeren Leuten. Das ist durch die Pandemie nochmal größer geworden und ich glaube, das wird sich halt auch in Zukunft weiter verändern. Da hängen dann ganz viele, also ich glaube, da werden sich die Probleme, die wir jetzt haben, natürlich noch deutlich verstärken. Die, also die Population geht zurück, die Leute sind viel einsamer, die, und die als Folge dessen werden die natürlich wahrscheinlich dann wieder sehr viel konsumieren. Kann schon sein, dass die Videospielindustrie da einen kleinen Boost bekommt. Andererseits glaube ich aber auch, dass wir jetzt gerade einen sehr großen Output an Spielen erleben und dann auch eine gewisse Sättigung stattfindet. Also ich denke, das ist ja wellenförmig. Also die, wir haben jetzt so viele Spiele, weil in der Pandemiezeit und in dem Boom und auch schon kurz davor natürlich alle Leute auch noch Geld hatten und das alles investieren konnten, um diese Spiele produzieren zu können und wir erleben jetzt gerade halt diesen, diese, diese, halt die Fertigstellung dieser ganzen Spiele, während aber ganz viele Leute jetzt dann ihren Job los sind oder danach direkt ihr Studio stießen müssen oder auch nicht mal weitermachen können. Und das heißt also, dass wir dann jetzt nach dieser Veröffentlichungswelle halt aber auch einfach eine Flaute sehen. Zumindest im größeren Double-A und Triple-A-Bereich. Man sieht es bei Microsoft schon, die haben ja quasi gar nichts außer Hellblade dieses Jahr rausgebracht. Und da wird es im Indie-Bereich sehr viel florieren, weil sehr viele Leute, die jetzt aus den großen Studios rausgegangen sind, die werden jetzt kleinere Spiele machen, experimentellere Spiele, das finde ich wiederum ganz cool, aber da wird es auf jeden Fall hier viel Veränderung geben. Also man wird genug Spiele haben, nur ich glaube, die Spielelandschaft selber wird sich verändern. Man wird da einen sehr großen Gap auch sehen und wenn jetzt nochmal eine Pandemie kommen würde, würde dieser Gap nur noch größer werden. Diese, also man sieht nicht mehr die Spiele, die du in der Playstation 4-Generation gesehen hast. Man sieht nicht mehr diese Reihe an großen Sony-Bloggustern oder Microsoft haut da die Halos raus und so weiter und das wird es nicht mehr geben. Ich glaube, das wird es so oder so, egal wie sie das entwickelt, nicht mehr geben. Ich denke, ein paar Ersatztitel werden da reinkommen. Wokong ist ein gutes Beispiel, dass der chinesische Markt jetzt merkt, okay, wow, wir könnten jetzt auch solche Spieler produzieren und wir haben einen Markt dafür. Ich glaube aber nicht, dass wir das so haben. Die Kluft zwischen den Online-Services wird auch immer größer. Also wir werden so diese klassischen Blockbuster-Titel werden wir nicht mehr sehen. Und wenn dann sowas rausgibt, dann ist es so ein Ding wie Star Wars, wo du dann auch gleich dann 110 Euro bezahlen musst, um die super Edupa-Version zu kriegen mit dem kompletten Spiel mit Season Pass und allem. Also die Kluft wird ja immer größer. Manu, würde eine Pandemie den Spielemarkt in gleichem Maße anregen, wie er das das letzte Mal gemacht hat? Also ich bin mir sicher, dass es wieder weitere Pandemien geben wird. Oh Gott, oh Gott. Aber ich, ja klar, ist ja nur eine Frage der Zeit. Also sagen ja auch die ganzen Wissenschaftler. Nicht einkaufen und mach den Keller wieder voll. Nee, aber ich glaube so, diese krassen Lockdowns wird es nicht mehr geben, weil einfach diese, die Erfahrungswerte jetzt halt auch da sind mit den Impfstoffen und so. Ich glaube diese, diese Lockdown-Situation, die war schon relativ speziell, dass wir die halt weltweit hatten und da dann eben diese Spiel- und Twitch-Geschichten so Fahrt aufgenommen haben. Ich glaube, das wird sehr viel schneller mit Impfstoffen gehen, weil halt diese DNRNR oder wie diese Technologie hieß, diese CRISPR und so, dass sie die entwickelt haben. Das wird halt einfach rasend schnell gehen. Das war ja letztes Mal schon relativ schnell. Also ich glaube, so klassische Lockdown-Situationen, wie wir sie jetzt erlebt haben, wird es so in der krassen Form nicht mehr geben. Das war schon eine Ausnahmesituation. Hm. Tja. Anne? So global. Geht das Twitch-Game nochmal steil, wenn eine Pandemie kommt? Bezweifle ich auch tatsächlich. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr so oft auf Twitch unterwegs, aber auch Twitch ist natürlich etwas, was sich über Jahre und Jahre und Jahre entwickelt hat und selbst, also ich selber bin ja 2019 super spät auf den Zug mit aufgesprungen. Da habe ich schon gedacht, eigentlich ist alles zu spät jetzt. Weil, ne, also so eine Plattform muss man halt erwischen, wenn sie gerade neu ist und um da irgendwie Erfolg zu haben. Was Twitch natürlich gebracht hat, finde ich, und immer noch tut für viele, viele Leute, ist Wholesomeness. Ja. Also, dass man sich Communities selber zusammengestellt hat und sich da wohlfühlt und dann jemand Speziellem, den man irgendwie sympathisch findet, dann quasi live zugucken kann. Das wird natürlich bestehen bleiben. Ich glaube nur, dass auch Twitch den Peak erreicht hat. So. Und dass wieder irgendwas anderes kommen wird, was das dann wiederum ablösen wird. was die Sales und Nachfrage und sowas angeht, bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass wenn man wieder eingeschränkt wäre im täglichen Leben, dass dann schon auch wieder das Bedürfnis größer ist, sich selber irgendwie zu unterhalten, weil man irgendwie nicht ausgehen kann mit Freunden oder ins Kino gehen kann oder sonst irgendwas machen kann. Aber so, wie wir es gesehen haben, nämlich, dass diese zum Beispiel gerade die Live-Service-Games so krass durch die Decke gegangen sind und jetzt kommt ja der Stempel, nämlich, wir brauchen die ganzen Leute nicht mehr, weil es sich nicht lohnt, diese Spiele am Leben zu erhalten. Dieser Fall, also, ich glaube nicht, dass er in so einer Dimension in einer Pandemie nochmal kommen würde. Wahrscheinlich, weil sich auch gezeigt hat, dass es sich am Ende dann nicht gelohnt hat, nochmal WoW irgendwie so nachzubauen, nur um auch ein Spiel am Markt zu haben, weil die Leute halt genügend Alternativen haben, in denen sie sich schon aufhalten können. Auf der anderen Seite, Menschen lernen ja auch leider nicht. Vielleicht irren wir uns auch alle und es wird alles genauso gleich und noch schlimmer. Man weiß echt, man kann es wirklich gar nicht sagen, finde ich. Also, was man ja beobachtet ist, dass jetzt durch einige Generationen, wir haben jetzt natürlich verlaufen älter und es gibt ja immer so die Faustregel, dass dann immer so eine Nostalgie besteht zu Dingen, die so vor 20, 30 Jahren bestanden haben. Pandemienostalgie 2040. Nee, nee, nicht Pandemienostalgie, aber halt so, jetzt ist gerade 90er Jahre Nostalgie, kommt jetzt gerade so richtig und einige Leute und einige Leute fangen sowas schon so ein bisschen mit der frühen 2000er-Nostalgie irgendwie an. Also, das heißt, die Mode kommt zurück und so und auch sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann ein paar Internetinseln dann wieder ein bisschen größer werden. Weil das, was das Internet vor den sozialen Medien war, war halt einfach eine Ansammlung von Foren, wo die Leute sich in kleinen Inseln getroffen haben. Und man merkt so ein kleines bisschen halt auch bei Reddit, dass du dich da jetzt halt auf irgendwelche Threads dann irgendwie einschreiben lassen kannst und dann halt da deine Community hast und sowas. Und Discord macht das eigentlich sehr groß vor, dass du da wieder so ein Stück weg von diesen ganzen großen, von der öffentlichen Bühne von Social Media gehst und Twitter und da halt wieder Richtung Discord gehst. Und ich glaube, das wird größer. Ich glaube, das wird größer. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Trends aus den 90ern, 2000ern vielleicht tatsächlich wiederkommen. Also, dass es einen Boom gerade in diese Richtung, diese Art von Unterhaltung und Spielen gibt, die das auch haben. Vielleicht auch alte Marken dann wieder belebt werden. Das könnte ich mir vorstellen. Mehr Rare Games zum Beispiel. What the Sexy Empire 2? Ja, apropos sexy. Also wie gesagt, Twitch, glaube ich, hat sich selbst einen Grab geschaut. Apropos sexy Twitch. Aber was Twitch hat nicht verstanden hat, ist, dass sie ihre Bufftubs dann mal hätten lassen sollen, weil Onlyfans explodiert. Und wenn die nächste Pandemie kommen würde, dann wird Onlyfans richtig reich. Richtig reich. Ja, aber du willst deine Kinder ja halt nicht genau da dann rumdödeln haben. Das ist schon gut. Ja, ist klar. On this bombshell sage ich, wir sehen uns nächste Woche. Mir ist noch eine Sache noch eingefallen. Der Preis der PS5, wenn man inflationsbereinigt denkt, war die PS3 teurer. Das wollte ich noch stehen lassen. Mit den 600 Euro. Okay. Ich kann mich noch dran erinnern, die PS3 war unfassbar teuer. Also von daher ist die PS5 doch ein Schnäppchen. Ich hole sie mir. Bis nächste Woche. Tschüss, Sinkowski. Tschüss. Tschüss. Sinkowski. Sinkowski. Musik Untertitelung des ZDF, 2020